Meine erste Knallerfrage ist noch nicht gekommen, keine Angst. Auf jeden Fall startet der Rack. Jetzt startet der Rack. Jetzt rackt. Also, machen wir. Vielen Dank. Ich finde es immer spannend, mit Menschen zu sprechen, die ich nicht so gut kenne, aber das Gefühl habe, so ein bisschen zu wissen, wie sie ticken. Gut. Dicke. Der Grund, warum du in diesem Podcast bist, liegt mega auf der Hand, weil du bist der Minister of Good Vibes. Und mehr zu einem Feelgood Podcast kann das eigentlich gar nicht. Voll. Das habe ich mir eben auch überlegt, als du mich eingeladen hast. Und ich fand, ja, okay. Der Name ist Programm. Und du bist ein durchaus positiver Mensch. Und das ist mal meine grundsätzliche Einschätzung von dir. Das schätzt du genau richtig. Ich habe mich sehr, sehr intensiv mit positivem Gedankengut auseinandergesetzt und was die Auswirkungen sind für mein Leben jetzt. Das heisst, du hast das wirklich irgendwann mal bewusst angefangen. Du hast gesagt, ich fange mich jetzt damit auseinanderzusetzen und hast quasi Recherchen betrieben. Genau. Ich habe eigentlich so Selbstversuche gemacht an mir. Ja. Um herauszufinden, wie das wirkt, oder? Und das habe ich ja nicht erfunden. Ja. Ich habe auch irgendwo gelesen und gemerkt, hey, die Leute, die ich hochschaufe, die eben Sachen realisieren können, die machen einfach irgendetwas. Mhm. Was ich auch gerne machen wollte. Und, ähm, ja, der Spruch, alles ist im Kopf, stimmt voll für mich. Mhm. Ähm, Gedanken, wenn meine Gedanken stimmen, dann stimmt, also zuerst muss ich sie immer innen dran richten. Wenn ich meine Sachen kann innen dran richten, wird es aussen dran stimmen. Was hast du denn für Versuche gemacht, die zum Beispiel für dich nicht funktioniert haben? Ja. Wo nicht funktioniert haben? Ja. Wahrscheinlich das krasseste, der krasseste Fehler für mich im Leben war, dass ich am Anfang, also Fälle, Fälle sind ja wichtig, da können wir ja nachher drüber reden, aber das krasseste, was ich früher als junger Mann gemacht habe, ist halt, ich habe mich sehr fest aussen orientiert. Mhm. Und das hat mir eigentlich immer das Bein gestellt, weil ich eigentlich gefallen wollte. Ja. Und ich habe nicht primär mir, weisst du, geschaut, was für mich wichtig ist. Mhm. So einfach aussen dran gesucht, aber ich bin erst Superstar geworden, als ich gecheckt habe, ich muss innen dran mein Superstar sein. Ja. Ja, vor allem, weil die Definition Superstar ja oft von aussen kommt. Also eben, du kannst ja einfach diese Dinge machen und ob du Superstar bist, entscheide ja dann am Schluss immer noch Menschen drum herum, ob das dann stimmt oder nicht, sondern es einfach wird dann mal so definiert, oder? Genau. Aber gleichzeitig kannst du halt für dein Gefühl sorgen. Mhm. Und das kannst du nur du alleine. Und das kannst du nie jetzt aussen dran holen. Du kannst, du bist nicht glücklicher, wenn du ein Auto kaufst oder wenn dir jemand ein Kompliment gibt. Du musst selber dir ein Kompliment geben. Ja. Du musst selber deinen Wert schätzen, weil wir machen, also das ist auch etwas, was ich viel gemacht habe, eben, ich habe ihm aussen gesucht, das Glück. Aber das Glück ist eben innen dran. Du kannst nicht aussen, du denkst immer, ja ich brauche das, ich brauche jetzt einen Hit haben oder ich muss, die müssen sagen, ich muss in die Sendung eingeladen werden, damit ich jemanden bin. Ja, ja, ja. Dann bin ich glücklich. Aber das stimmt ja gar nicht. Du wirst in die Sendung eingeladen, wenn du glücklich bist. Glück ist der Weg. Und vor allem… Dann ziehst du die Leute an, aber nicht, wenn du dich anbittest, blöd gesagt. Ja, ja, ja. Vor allem, was ich immer faszinierend finde, ist, wenn man das Gefühl hat, ich muss das und das erreichen, um dann, sagen wir mal, jemand zu sein, dass wenn du das wirklich erreichst, dann eigentlich das Gegenteil passiert, nämlich da kommt die absolute Leere. Also bei mir ist es immer so gesehen. Und darum ist es doch sehr krass, dass so viele berühmte Menschen sich das Leben genommen haben. Und dann, weißt du, wir schauen an diesen rauf und sagen, wow, die haben doch perfekte Familien, perfektes Geld, Luxus, können an jeden Anlass gehen. Ja, ja. Die haben doch irgendetwas richtig gemacht. Aber nachher erhängen sie sich oder nehmen Drogen und schiessen sich ab. Das heisst, innen dran, es geht eben nicht ums Ziel, es geht eben immer um den Weg. Und das musst du irgendwann mal checken, dass der Weg das ist, der dich eigentlich glücklich macht. Und mein neuestes Motto in meinem Leben ist, der Umweg ist mein Ziel. Weil ich führe es jedes Mal, wenn irgendetwas passiert in meinem Leben, dann ist es so wie, okay, ich habe wieder einen Test. Ich weiss schon, was meine Ziele sind, aber der Weg dorthin ist eigentlich das Geile. Das hat mein Vater mir immer gesagt, als er sein Restaurant aufgemacht hat, als er damals im Zamat betrieben hat, hat er gesagt, weisst du, jeden Tag mache ich hoffen, ich weiss, es werden ganz viele Probleme kommen, aber ich freue mich darauf. Und das ist eigentlich wieder der Umweg, wieder der Umweg ist das Ziel. Es wird eh nicht so ablaufen, wie man es sich mal geplant hat, aber egal, was passiert, ich finde es geil. So. Ja, und dein Vater war ein Genie in diesem Fall, oder? Weil, schon nur das, er hat etwas gecheckt, was mega wichtig ist, essenziell, weil er positiv an etwas angegangen ist. Die Probleme sind negativ, wir wollen sie alle nicht. Oder konnotiert. Aber dadurch, dass er gesagt hat, hey, schau, ich weiss, sie kommen. Und jeder, wirklich jeder Mensch hat Probleme. Es gibt niemanden, der keinen hat. Es sind einfach verschiedene gelagert, aber für alle ist es schlimm, wenn sie eins haben. Aber du hast die Macht, darauf zu reagieren. Und du kannst einfach kämpfen dagegen, gegen die Probleme, oder du kannst sagen, okay, ich weiss, sie kommen, das ist das Leben, das ist so. Und wenn du sagst, okay, ich freue mich darauf, dann werden die Probleme sich kehren. Eins zu eins, sie werden flippen, 360 Grad. Du siehst ja dann gar nicht mehr als Problem. Also sprich... Genau. Du hast deine Attitude geändert. Das heisst, das Problem schaut dich an und ist nachher irritiert, weil es dich nicht mehr stressen kann. Ja. Und du schaust es an und denkst so, ja, was hast du gedacht? Meinst du, ich lasse mich jetzt da aus der Ruhe bringen, nur weil ich jetzt etwas machen muss. Das Problem ist so. Aber ich wollte nicht stressen. Aber das ist doch so, wenn du auch mit Menschen hast und wenn du nicht auf ihre Vibe darauf eingehst, löst es sich auch auf. Und zu dem, was du gesagt hast, wenn wir eben zu Menschen hochschauen und sagen, denen muss es doch gut gehen. Dabei machen sie dann was weiss ich mit sich selber. Aber das Beste, was ich zu dem gehört habe, ist mal gesehen. Das Problem, das wir haben, ist, dass wir unser Inneren mit dem Äusseren von anderen vergleichen. Das heisst, wenn du jetzt irgendwie einen geilen Musiker siehst und du nicht überlegst, was eben seine Probleme könnten sein, sondern einfach, wow, der hat, der hat, fragt mich nicht, die Hit-Single gehabt, der spielt an diesem Festival, der steht dabei, da, 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 da. Dann vergleichst du dein Inneren mit seinem Äusseren. Aber er wird genau am gleichen Punkt sein. Genau. Er schaut auch irgendwo auf. Oder er ist unglücklich. Ja. Weil er all das erreichen konnte. Und ich mache es manchmal so, ich liebe meine Ziele zu erreichen. Es ist nicht so, dass ich extra Umberge mache. Ich liebe meine Ziele. Ich bin wirklich sehr zielorientiert. Und ich sage dann, für mich habe ich so meine Träume. Ich habe schon ein paar Träume zu verwirklichen, um wirklich zu meinem Leben. Und wenn du dann an den Punkt kommst, wo du einen realisierst, wo du sagst, du kommst jetzt ein SME rüber. Du hast das ganze Leben lang immer geschaut, hey, die kommen immer Swiss Music Awards rüber. Du wirst nicht mal an den Anlass eingeladen. Ja. Und dann plötzlich stehst du da oben und du wirst beschenkt, richtig beschenkt. Und dann gehst du heim, schaust den Stein an und dann denkst du so, okay, jetzt habe ich es ja wie irgendwie geschafft. Weisst du so. Und dann hilft es mir, wenn ich einfach sage, okay, jetzt habe ich wieder Zeit zum Schlafen oder zum Träumen. Weisst du, ich muss jetzt vielleicht schnell hinlegen und mir das Nächste ausdenken. Und das ist eben das Yin und Yang. Es gehört dann auch dazu, wenn du etwas gemacht hast, dass du wieder Ruhe hast. Weil du hast für etwas gekämpft und dann musst du dich wieder relaxen. Und dann kommt das Nächste. Kommt immer wieder. Ja, vor allem kann ich mir bei dir vorstellen, dass, weil du so massiv schon Erfolgserlebnisse hast in deinem Leben, dass man irgendwann mal den Kopf umpolen muss und nicht immer noch mehr und noch grösser und noch breiter und was weiss ich will. Weil, wenn du schon an der Spitze bist, was willst du denn noch grösser, noch mehr, was weiss ich, erreichen, sondern dass du dann, du musst nicht wieder nach Arbeit orientieren, aber halt auf die Seite, dass du sagst, jetzt gehen wir eben einen Umweg und schaust vielleicht mal ein bisschen mehr, was auf der Seite noch könnte sein. Mhm. Ja, ich glaube, dass du selber verantwortlich bist für dein Glück, oder? Das heisst, es ist schaffen, weil du auch selber verantwortlich bist, wenn du kein Glück mehr hast. Mhm. Und ich meine nicht Glück im Sinn von Zufall, sondern das Gefühl, das dich befriedigt, so wie Liebe oder Dankbarkeit. Wenn du dankbar bist, dann kommt Glück automatisch. Ja. Das habe ich herausgefunden für mich, wenn ich dankbar bin für die Sachen, die ich habe, dann gehen so viele Sachen einfach auf, ohne dass ich etwas machen muss. Das ist irgendwie so eine Wellenfrequenz, die sagt, ja, es ist gut, es ist easy. Wenn du dankbar bist, bist du immer easy. Mhm. Du kannst auch nicht jemanden anficken und sagen, ja, du verdammt, danke vielmals. Das ist so irritierend, oder? Du sagst so, danke, danke, habe ich jetzt das lernen dürfen? Mhm. Und ich glaube, wie ich es beobachte oder wie Leute auf mich reagieren, denken sie, mir fällt das so super easy, aber ich habe mich entschieden für den Weg. Und das ist, ich arbeite auch dafür. Ja. Also ich meditiere, ich bin mir bewusst, was ich denke. Den grössten Teil von meinem Leben probiere ich das irgendwie wie zu steuern. Und das ist Arbeit. Ja. Weil ich könnte ja einfach wie die anderen einfach gehen lassen und dann würde auch einfach das Leben passieren. Aber ich will ja nicht, dass das Leben einfach so passiert, sondern ich will, dass ich es steuern kann. Mhm. Oder dass ich wenigstens mein Gefühl dazu steuern kann. Ja. Und das ist Arbeit. Das heißt, und das ist eine schöne Arbeit, aber es ist wie ein Workout. Oder ich habe das Gym in mir drin. Oder ich muss innen dran, wo ich für mich trainieren. Mhm. Dass ich die richtigen Gedanken habe, dass ich einmal pro Tag weiss, hey, schau, ich will das für meine Familie. Ich will das für meinen Beruf. Ich will das für meine Gesundheit. Ich mache das jeden Tag einmal. Und dann habe ich es da oben. Ja. Und von da oben, wenn du dir einredst, irgendwann wird es wahr. Das ist auch ein anderes Bewusstsein natürlich. Und das ist genau das, was ich dir erzählen wollte. Das ist meine selbst, ähm, äh, ich habe versucht, für mich selber zu beweisen, dass das stimmt. Und es stimmt. Ich habe mich selber angefangen, Sachen einreden und die sind dann wahr geworden. Ja. Es passiert nicht immer. Also, dort gibt es Nuancen, oder? Oder du kannst die Sachen sehr genau einreden. Also, genau einreden. Ja. Dann passiert es genau. Oder du sagst einfach, ja, ich will das. Und dann kommt es irgendwie. Ja, ja, ja. Und wir Menschen sind eben manchmal komisch. Wir sehen zum Beispiel, ich kann immer, ähm, zum Beispiel, wenn du ein Kind willst. Oder? Du willst ein Kind. Gibt es viele. Man will ein Kind. Man stellt sich es aber nicht richtig vor. Man sagt einfach, ich will ein Kind. Ja. Weisst du das? Nachher kommst du mit jemandem zusammen, das ein Kind hat. Oder? Du siehst mit dem zusammen und dann merkst du nicht einmal, dass du jetzt einen Traum erfüllt hast, weil du ein Kind wolltest. Du hast vielleicht nicht selber gezeugt. Aber das Kind ist da für dich. Ja. Und das meine ich mir. Das ist dann die nächste Aufgabe, dass du deine, dass du die Segnungen, die dein Leben gibt, dann auch kannst sehen oder annehmen und sagen, ja, danke. Ich habe ja nicht gesagt, ich will selber ein Kind machen, sondern ich will ein Kind. Ja. Du kannst auch sagen, ich will ein Kind machen. Genau. Dann musst du das ein bisschen mehr visualisieren. Genau. 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 Das ist sicher auch eine positive Arbeit, wenn man das dann visualisiert. Sag ich jetzt mal. Ähm. Hat es einen Grund gegeben, warum du dich irgendwann dafür entschieden hast, ich probiere jetzt mal herauszufinden, ob das so funktioniert? Und die Recherche angefangen hast zu betreiben? Hat es irgendein Ereignis gegeben? Oder hast du einfach gesagt, oder hat sich das so entwickelt? Nein, es gab ein paar Ereignisse in meinem Leben, die mich dort angetrieben haben, dass ich anfange zu recherchieren, wie kann ich ein glückliches Leben führen. Ja. Eines ist sicher, dass ich aus einem glücklichen Haus komme, wo mir so Sachen vorgelebt worden sind und ich immer so, ah, okay, das ist ja mega gut, oder? Also vor allem im direkten Vergleich mit anderen Menschen, oder Kollegen, Freunden. Und dann haben wir diese Familie hineingeschaut und so, okay, wieso? Wieso haben die denn so Ghetto? Warum? Und das hat mich mega fasziniert. Aha, schau, der Vater macht das, oder der Mutter macht das, und darum macht der jetzt das auch. Ja. Ja. Das war eins. Das andere ist, mit 20 Jahren hatte ich ein Nahtoderlebnis. Ich hatte Malaria in Afrika. Und dort bin ich wirklich im Busch, in Mosambik, in so einer Buschstation gelegen. Es hatte kein Elektrisch, nichts. Es hatte kein Doktor. Es hatte so ein Buschspital. Bei mir hat es gerade reingekriegt, das Malaria. Dann bist du wie, als wärst du ein wenig bekifft, oder? Wenn du das anfängst. Ich bin dort durch die Strassen gezogen, bin zu dem Spital. Also man muss mir vorstellen, es ist einfach eine Lehmhütte. Und jemand hat einen weissen Kittel. Und die haben Portugiesisch gehört. Ich habe fast keine Portugiesisch verstanden. Und dann haben sie mir das Mittelchen gegeben. Und ich habe das nachher nachgeschaut, in meinem Lonely Planet. Das war 1999 oder so. Da habe ich noch nicht auf das Internet googeln. Und dann schaute ich das. Und Lonely Planet sagte es, wenn du die Medikamente schon genommen hast, und das dazunimmst, dann kann es tödlich sein. Und ich habe das versucht, ihm zu sagen. Auf Englisch, gebrochen, Portugiesisch. Es hat irgendwie nicht geklappt. Und dann habe ich gesagt, ich nehme es nicht. Weil, ich will ja jetzt nicht gerade... Und dann habe ich versucht, ein Telefon zu finden. Irgendwo. Um die Schweiz anrufen. Es hatte eben keinen Strom. Dann haben mich Jugendliche draussen gesehen und gesagt, was läuft mit dir? Und ich so, ja, eben, er probiert wieder in Englisch. So, ja, ich habe Malaria. Und ich weiss nicht, was ich machen soll. Dann haben sie gesagt, hey, warte. Am 8 Uhr am Abend kommt so ein Südafrikaner, ein Buschdoktor, der geht so von Dorf zu Dorf und bringt Medikamente und die Leute untersucht. Ja. Er wohnt dort oben. Dann bin ich einfach von dem in seine Hütte gesessen und habe gewartet bis am 8 Uhr. Dann ist der gekommen. Der konnte auch Englisch. Das war ein Südafrikaner. Der hat mir dann gesagt, ja, das ist kein Problem. Mach's. Und du musst immens viele Tabletten schocken, wenn du Malaria hast. Also du bist den ganzen Tag irgendwie, kommst du irgendwie mit 16 an, oder? Dann liest du, das kommt unten und oben aus und du hast hektisch Fieber. Wenn du die Tabletten entnimmst, dann stirbst du auch. Und dann bin ich sieben Tage dort in so einem Hütchen gelegen, wo kein Fenster hatte, kein Spürchen im WC. Du musst rausgehen zum Brunnen, oder? Und dann kannst du dir vorstellen, ich habe 50 Kilo abgenommen. Ich hatte eh schon nicht so ein mega Gewicht. Ja. Und dann, nach sieben Tagen ist das Fieber vorbei, wieder da. Und dann habe ich mir gesagt, okay, jetzt mache ich einfach nur noch das, was ich liebe in meinem Leben. Wenn ich jetzt eine zweite Chance habe in meinem Leben, ich will einfach mein Leben nicht verschwenden. Mhm. Es ist jetzt meine Zeit. Ich habe Träume, ich will Musiker werden. Mir ist egal, wie lange das geht. Ich mache jetzt das. Und das war so der erste Kick für mich, wo ich gesagt habe, okay, ich muss etwas ändern, ich muss meinen ganzen Fokus auf das lenken. Und ich werde nicht traurig sein oder verbittert, sondern einfach so, ich habe die Chancen von diesem Leben und ich werde sie nutzen. Ja. Und es ist nachher 15 Jahre gegangen, bis ich wirklich den Durchbruch gehabt habe. Also ich habe einen Weg gemacht, aber die 15 Jahre waren grandios. Ich habe nicht etwas verpasst. Ich hatte ja immer ein Ziel, das ich arbeite. Also ich bin auch immer wieder arbeiten, wenn ich Geld gebraucht habe. Ich habe fünf Tage am Reisebüro gearbeitet. Dann vier Tage, dann drei Tage, dann zwei Tage, dann einen Tag und dann nicht mehr. Und das hat mich geformt, das hat mich geschäbt, weil ich bin gegangen für etwas. Ja. Ich habe gewiss, ich bin gegangen, ich brauche keine Hilfe. Ich weiss, was ich will. Und wenn du weisst, was du willst, dann kommt es schon von irgendwoher. Weisst du, du bahnst dich ja dann den Weg. Mhm. Und die Leute sagen, geh doch da durch oder da durch. Du gehst auf die Schnur und musst wieder aufstehen. Aber der Fokus von einem Ziel zu haben, das war dort eigentlich das erste Mal so richtig in mir hinein. So wie, hey, du musst im Fall hinstellen für deine Sachen. Ja. Weil es kann so sein und dann bist du nicht mehr da. Finde ich jetzt auch nicht mehr so schlimm für mich, aber als 20-Jähriger bist du so wie, wow, okay, ich will im Fall noch nicht gehen, ich will das noch erleben. Gehen wir. Vor allem sich überhaupt mal ein Ziel setzen. Ich glaube, das ist mega oft die Schwierigkeit. Man sagt ja immer, die Überforderung vor allem von der heutigen Gesellschaft, weil du alles machen kannst, dass du dir gar kein Ziel mehr setzen kannst, weil du weisst gar nicht, was du machen willst. Und durch das Setzen ist ja kein Ziel, sondern du kannst vielleicht ein bisschen studieren oder du kannst mal ein bisschen reisen gehen. Also weisst du, du machst einfach so ein bisschen Sachen. Und irgendwann ist es so Ende 20 und du weisst immer noch nicht, was du machen willst. Dann fährst du mal an überlegen. Dann gehst du in eine Richtung und merkst dann vielleicht, ah nein, das ist aber trotzdem nicht das, was ich will. Dann bist du auf einmal Mitte 30, Ende 30. Und auf einmal hast du dann das Gefühl, scheisse, jetzt muss ich mal eine Porsche kaufen. Ja, ich glaube, die Kunst liegt wirklich, dass du den Weg fährst. Weisst du, wenn du keine Frau hast, dass du fährst, dass du keine hast. Du machst dich selber dann so attraktiv. Die kommt dann schon, die Frau. Wenn du glücklich bist, oder? Du musst wieder einen Weg finden. Oder wenn du noch nicht deinen Traumjob hast, dann, aber dass du so was Schönes drin siehst, dass du jetzt, du hast jetzt Schöne, du darfst einen suchen. Weisst du so? Mhm. Das ist auch, viele Menschen können das gar nicht mal. Die müssen Bauer werden, oder ich weiss auch nicht was. Mhm. Die haben gar nicht die Möglichkeiten, die wir jetzt da haben, oder? Und ich glaube, das ist so wie, eben, wenn du merkst, dass der Fehler oder das Manko eigentlich die Chance ist für dich. Ja. Und das war auch so etwas in meinem Leben. Ich bin, ich habe wie von Geburt an, habe ich so einen Geburtsfehler. Ich habe das Lampeaug, sagt man, oder? Das rechte Auge. Das Auge war immer das Auge ein bisschen unter. Ich habe es mittlerweile mit 17 Jahren operieren lassen. Ja. Aber ich war halt immer anders als Kind. Und auch wie, es ist natürlich für mich immer etwas gewesen zum, wieso ich? Oder sagt jeder Mensch, wieso ich? Wieso bin ich jetzt genau der, der das erleben muss? Ja. Weisst du so? Aber das sagen sich Millionen von Menschen, sagen sich das. Aber das musst du ja irgendwann mal checken, weil du machst ja die Erfahrung selber. Und dann hat es eben so ein 17-, 16-Jähriger, sind auch die Momente gekommen, wo ich vor den Spiegel gestanden bin und einfach gesagt habe, hey, Dodo, du wirst es schaffen. Ja. Also ich wurde auch fest supportet von meinen Eltern. Oder ich bin, es war nie ein Thema und ich konnte auch alles machen. Es war nicht so eine Behinderung. Aber von aussen hat es halt anders gewirkt. Ich hatte immer Konflikte mit den Lehrern, weil sie dachten, ich bin bekrifft, Dauer bekrifft. Die Bullen haben mich immer angehalten und sagten, hey, hast du Weed dabei? Oder dann hatte ich noch die Rats. Ich hatte, weisst du, es hat mich dann auch so etwas gemacht. Ich bin wie in die Rolle reingeschlüpft. Oder die Leute haben gesagt, ah, das ist der Kiffer und so, ah, der ist echt eng. Dann so, ja, was willst du? Dann lässt du Dreads machen und bist voll. Dann fangst du auch an blazen, oder? Ja, 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 ja. Und das hast du dann wie, wie den Weg nachher da draussen oder mit dir selber konfrontiert. Oder wer bist du? Und dann, ich weiss noch, in dem Moment, wo ich in den Spiegel geschaut habe und mich angeschaut und habe gesagt, hey, Dodo, relax, du wirst es schaffen. Und dann hat es angefangen, wie, das gibt dir Kraft. Ja. Musst du das mal machen, musst du mal in den Spiegel schauen und sagen, am Morgen, sag dir am Morgen, du bist ein geiler Sicht, du wirst es schaffen. Mhm. Ohne jetzt arrogant zu sein. Das heisst nicht, du musst besser sein als die anderen. Ja, ja, ja. Du gibst dir ein gutes Gefühl. Du gehst mit dieser positiven Energie raus. Und dann sieht die Welt schon wieder anders aus. Die Leute schauen dich anders an, weil du anders bist. Ich habe mal eine deutsche Philosophin gesehen, ich weiss nicht, wie sie heisst, die darüber redet, mit sich selber eine Freundschaft zu haben. Und Selbstliebe ist der grösste Faktor für das. Und Selbstliebe heisst aber nicht Arroganz und Überheblichkeit, sondern so wie du andere Menschen liebst, mit ihren Fehlern akzeptierst du sie ja vor allem. Und dass man das mit sich selber eigentlich mega zu wenig macht. Mhm. Und dass man sich selber gar nicht lieben will, weil man findet, aber ich habe ja das Problem und ich habe diese Fehler und ich habe diese Mache und das und das und das. Und dass das eigentlich der grosse Schritt ist zu Freundschaft mit sich selber und mit sich selber klar zu kommen. Also ich meine, du bist eben auch viel gereist in deinem Leben. Das heisst, ich finde immer das Wichtigste, wenn man reist, ist, dass man zuerst mal mit sich selber eben gut auskommt. Weil sonst kann man nicht mit sich selber reisen gehen. Voll. Voll. Ähm. Es geht eben nicht, beim Reisen geht es eben nicht darum, möglichst viele Länder zu sehen. Oder das checkst du irgendwann mal. Sondern, dass du die Chance hast, die Welt mit anderen Augen zu sehen. Mhm. Weil überall machen sie es ein bisschen anders und das tut einfach einem Menschen gut, um zu sehen, dass es anders auch geht. Das krasseste Erlebnis war in Indien. Dort in Indien habe ich wirklich gefunden, sie machen alles umgekehrt als wir. Also wenn du so in der heiligen Städte bist, dort ist alles vegetarisch. Oder auch normale Städte, du siehst eigentlich, angeschrieben ist es Meat Restaurant. Und bei uns in der Schweiz ist es angeschrieben, wenn es ein Veggie Restaurant ist. Sushi ist einfach ein Fleischrestaurant. Aber bei ihnen ist es umgekehrt. Ja. Bei ihnen ist es normal, ist es vegetarisch. Und sonst steht angeschrieben, ja da kannst du Fleisch essen. Krass. Weisst du meine? Ja, ja, ja. Aber das musst du mal gesehen haben. Weisst du? Weisst du? Ihre Götter. Ihre Art. Egal. Das hat das Gute und das Schlechte drin, aber das hat es bei uns auch. Ja. Wir denken einfach, das ist gut, weil wir es so mit überkommen haben, oder? Mhm. Aber wenn du reisen kannst, siehst du es plötzlich mit anderen Augen und siehst, aha, so kann man es auch machen. Das ist eigentlich noch schön. So könnte man es auch machen. Und es ist auch gegenseitig, oder? Sie sehen ja dann auch jemanden, der kommt. Oder wir, die da sind, wenn jemand von außen kommt, dann haben wir ja auch einen Strudel und wir merken so, ah, die machen das so. Die fühlen das. Essen ist eh immer das beste Beispiel. Wenn neue Strömungen kommen, dann plötzlich kannst du Länder entdecken übers Essen. Ja, das stimmt. Mhm. Und wenn du, warte jetzt, wenn du sagst, du hast Malaria gehabt, im, was, 99? Ja, 98. 98, 99. Ja, wahrscheinlich 98, ja. Du hast die Geschichte angefangen mit, ich habe Malaria gehabt. Ja. Wie passiert das? Ah, ah, ich habe als 20-Jähriger dann gefunden, also ich habe meine Handelsmittelschule gemacht. Ja. Wo ich sehr unzufrieden gewesen bin, weil ich bin kein Handelsmittelschüler. Ich wollte immer Musik machen oder etwas mit Kunst, aber ich habe auch nicht genau gewusst, was ich, dort ist wirklich noch so ein Luftbus, nicht genau gewusst, wo das durchgehen soll. Ich habe gewisse Musik, Lehrer, Pfarrer, weiss ich auch nicht, etwas mit Bühnen. Oder? Aber nicht genau, ich habe es auch nicht richtig, eben das ist genau gewesen, ich habe nicht mir das richtig vorstellen können. Mhm. Man muss auch sagen, dazumals hat es noch, die Rap-Szene hat es gerade angefangen, wir haben dort die erste, so mit 18 die erste EP rausgebracht. Mhm. Das ist so die Zeit, wo nachher der EKR auch gross gewesen ist, der Blick ist gekommen, es ist die Zeit gewesen. Ähm. Und ich habe dann angefangen, nach der Schule bin ich dann arbeiten, in einem Reisebüro, dort schon. Ähm. Ich habe zwei Jahre gearbeitet und wir ein wenig Geld auf die Seite getan. Mhm. Und mit dem Geld habe ich gesagt, ich gehe auf Afrika, oder? Ja. Weil ich in Afrika aufgewachsen bin und das ist immer so der Ort, wo ich wieder zurück wollte und als erwachsener Mensch sehen. Das heisst, ich bin auf Südafrika geflogen, habe dort mein Englisch Certificate gemacht, drei Monate. Ja. Ja. Das haben wir, die Eltern haben mir das gezahlt, weil ich ja eine Ausbildung mache. Das ist Advanced, das war das. Ja, genau. Ja, genau. Wenn du wirklich auf so einem Fenster hättest, dann seid nichts ausser Advanced zur Töpfung. Ja, genau. Aber durch das habe ich wie die Stadt kennengelernt, ist super gewesen. Ich habe einen sehr guten Freund, den ich bis jetzt, also wir sind jetzt über 20 Jahre befreundet, mittlerweile ist er ein bekannter Regisseur geworden und wir sind so zwei Dreadys gewesen, wirklich zwei Raw Stars und genau das gleiche. Beides, wir sind sogar Steinböcke beide, gleich alle gewesen. Er hat mich manchmal von der Schule abgeholt mit seinem kleinen Beetle, mit den Surfbretten oben drauf und dann, das war für mich einfach Freiheit gewesen. Ich habe gar nicht gewusst, wie schön das alles kann sein, oder? Ja. Und ich habe mit 5 Franken gelebt pro Tag. Ja. Und dann… Wo hast du das gewesen? Kapstadt? Das war Kapstadt, oder? Und dann bin ich ein bisschen rumgereist und dachte, Scheisse, das ist so cool. Und dann habe ich meine Eltern angerufen, eigentlich wäre ich sechs Monate gewesen. Ich habe gesagt, hey, schau Mama, ich komme nach Hause, aber nicht jetzt. Ich gehe per Autostopp durch Afrika durch. Ja. Und jetzt ist es so, nach diesen drei Monaten Schule habe ich noch einen Job angefangen, so Touristen in Sanddeunen zu fahren. Das war Sandboarding Teacher. Ja. Und das konnte ich einfach einmal pro Woche machen. Es war höchst illegal. Ich durfte ja nicht arbeiten, ich hatte keine Bewilligung. Aber dank meinem Freund, der hat mich einfach mitgenommen. Ich war in der Fahrer. Und weil ich snowboarden kann, habe ich dort snowboarden, äh, jetzt sind ja Snowboards, was ihr nehmt, Sandboarding, oder? Da habe ich die gewachsen und den Touristen ein Sandwich gegeben und solche Sachen, oder? Ja. Bin mit ihnen hochgelaufen, runtergefahren. Und dort habe ich Kanadier kennengelernt, der hat mir gesagt, er will eben durch Afrika reisen. Und ich so, wow, das ist ja eine sehr geile Idee. Wie? Ja, Autostopp. Und ich so, wow, noch eine geilere Idee. Ich mache auch. Und dann habe ich gesagt, so, ja, voll geil, gehen wir. Und dann haben wir gesagt, ja, okay, treffen wir uns nächste Woche. Und dann haben wir uns getroffen, haben wir ein Zelt gekauft, Karten haben wir gekauft von ganz Afrika. Und beim zweiten Treffen sind wir zusammen auf der Strasse gestanden. Und dann haben wir einen Autostopp gemacht durch 13 Länder durch. Von Südafrika bis auf Äthiopien hoch. Krass. Und in dieser Zeit ist es dann passiert. Also der kanadische Kollege von mir hatte auch Malaria. Also wir sind zusammen dort im Dschungel gelegen. Und so ist es gekommen, dass ich in Mozambique gelegen bin mit Malaria. Und danach, also dann hast du dich geheilt quasi. Oder hast du auf die Omedis gegessen und bist einfach weg gewesen. Genau. Und dann ist es weitergegangen. Dann bin ich sieben Tage dort gewesen. Aber dann bist du noch nicht zurück in die Schweiz gekommen? Nein, das ist ganz am Anfang passiert. Das ist eigentlich im ersten Monat passiert schon. Und zum Glück habe ich meine Eltern nicht erreicht, die wären durchgetreten. Oder ich hatte ja kein Telefon. Und ich bin dann einfach in dem Busch gelegen und habe mich auskuriert. Und das Komische an Malaria ist so, du bist so wie... Es tötet wie ein bisschen Lebensfreude am Anfang. Du musst das wie lernen. Du bist wie ein bisschen numb. Also wie... Ja. Wie sagen wir auf Deutsch? Ja, ein bisschen taub. Taub, ja. Es ist ein bisschen taubes Gefühl. Du schaust Sachen an. Du bist irgendwie an den schönsten Orten. Und du findest es gar nicht mal so geil. So lieblich. Ja, du brauchst einen Monat, damit du wieder da bist. Und ja, das war so dünn. Und ich weiss noch, in diesem Busch-Ort... Es hat es irgendwie nicht... Es hat es nur ein Guckeli gegeben zum Essen. Und ich war dort schon Vegetarier gewesen, oder? Also ganz frisch Vegetarier. Ich bin in Südafrika und habe mich entschieden, dass ich Vegetarier werde. Und dann bin ich dort in den Busch-Stationen und dann gibt es einfach Guckeli. Und ich habe natürlich auch eins gegessen. Ich war so schwach gewesen. Ich musste Energy haben. Und ich habe noch nie so ein feines Guckeli gegessen wie dort. Man, das ist das Beste. Das Beste gewesen, man. Ich habe wirklich seit dort nie mehr so... Einfach so... Die Dankbarkeit, so... Das ist wie neue Geschmäcker im Mund, oder? Mhm. Gut, dann kann man ja gerade wieder Vegetarier werden. Besser wird es ja nicht mehr, oder? Ja, genau. Okay, und dann... Weiss ich noch, meine erste, bewusste Erinnerung an dich. Da war ich noch ein Junge. Du hast Robinson gemacht. Genau. Weil du hast ja diesen Song dazu ausgebracht. Genau. Und... Das war mein erster kleiner Hit. Genau. Weil der ist irgendwie... Ich weiss nicht mehr, wo der gelaufen ist. Auf Star-TV und so. TV3. TV3. Nein, und? Nein, der Clip auf jeden Fall. Viva. Der ist überall gelaufen. Viva. Ich weiss noch, der ist so schwarz-weiss gewesen. Du bist immer so im Profil mit deinen Dreads. Mhm. Und ich schaue das so. Und ich bin recht fasziniert gewesen. Weil ich hatte irgendwie... Ohne Scheiss. Ich habe wie nicht gewusst, dass es Schweizer gibt, wo dann Schweizerdeutsch so Sound machen. Ja, so Ragamuffin. Ja, es ist so eigentlich einer der ersten Ragamuffins überhaupt. Genau. Ja. Und ich habe... Es gibt kein Sex auf denen. Und ich habe irgendwie so als... Gerade wirklich so 12, 13 Jahre habe ich mega viel Reggae, Dancehall, Ragamuffin, eben all das Zeugs gelöst. Und da bin ich so ein bisschen auf den Tag gesessen. Und ich habe wie nicht reagiert. Und ich weiss noch, das ist bei meinem Vater gewesen. Und Arin war so, ich finde das doch geil. Finde ich noch cool. Und das gibt einem dann gerade noch so wie... Weisst du so, wenn eine ältere Person etwas cool findet, dann gibt es dir wie so noch so eine Bestatigung. Das sind ja auch Menschen, die du zu ihnen ruflust, oder? Und ich so... Ah ja, ich finde das auch geil, ja. Ich glaube, ich finde das doch geil. Und... Und dann ist aber mega lange wieder in der Öffentlichkeit zumindest nichts passiert. Und dann hast du diesen Weg gemacht, diesen Umweg sozusagen. Ja, also... Zu dieser Insel, oder? Ich bin dann nach Hause gekommen aus Afrika und dann habe ich probiert... Das hat mich natürlich mega angeschissen, wieder in der Schweiz. So... Ah, fuck, okay, einen Job suchen. Was soll ich machen? So, mein Kleiderlader anfangen. Das heisst, ein normales Leben. Ja, so wie... Ja, okay, das ist genau so der... Okay, was machen wir? Ich wollte schon Musik machen. Wie macht man das? Aber ja, wenn du so ein Jahr lang gereist bist... Ja, du bist anders. Ja. Jede Reise verändert sich. Und dann bist du wieder da und denkst, Ah, fuck, wo hast du so in Hütten geschlafen? Am Strand, im Dschungel... Du hast jeden Tag nicht gewusst, was passieren wird, oder? Und dann bist du plötzlich wieder so eine Struktur rein. Und dann hat es da so eine Lade gegeben, wo Flyers aufgestellt hatten, bis du reifest in die Insel. Und ich habe das angeschaut und so... Ja, hey, was ist das denn? Und so, ah, da kannst du dich anmelden für so ein Fernseh-Dings. Ja. Und das ist ja genau etwas... Ich habe das schon dort ausgestrahlt. Ich wollte ja etwas machen mit... Ich wollte ja Erfolg draussen, habe ich es ja gesucht, oder? Zu dieser Zeit. Ich so wie, okay, ich will Musiker sein, ich will Schauspieler, was kann ich machen? Weisst so, wo durch mein Weg geht? Ja. Und dann ist das gekommen so, wow, okay, eh, gehe ich. Und so, da hast du mir ein Foto einschicken und so, ja, kannst du überleben. Und ich so, Mann, ich habe jetzt gerade ein Jahr lang Afrika überlebt. Ich habe einmal gegessen pro Tag. Ich gehe da drei Monate auf so eine Insel, Mann. Ich rauche die alle weg. So bin ich darauf gewesen. Ja, eh. Dann habe ich denen geschrieben. So am letzten Tag nahm es. Und dann haben sie mich eingeladen und dann ist so passiert, dass ich dann auch gehen konnte. Mhm. Und das ist dann so mein Startschuss gewesen, wo ich zum ersten Mal so in Kontakt gekommen bin mit Kamera. Das hat mich mega fasziniert, weisst du, wie machen die das mit dem Ton abnehmen? Dort haben es so die grossen Kameras gehabt, oder? Das ist ja auch eine völlig andere Zeit gewesen. Ja, ja, ja. Jetzt durch den Sand gerannt uns hinten an, oder? Ja, ja. Und gleich war es das Spiel gewesen, das ich gewinnen wollte. Und gleichzeitig war ich auch in Malaysia und ich konnte wieder reisen. Weisst du, es war für mich perfekt. Und ich habe auch, ich habe dort schon gewusst, so, ja, schau, das ist die Medien, das darf ich auch nicht zu ernst nehmen. Mhm. Weisst du, was willst du? Das ist das Game. Irgendwie habe ich es immer schon gespürt, so wie, das ist ein Spiel. Weisst du, du musst bei dir bleiben. Aber ich habe es natürlich noch nicht so ausgecheckt gehabt, wie ich es jetzt habe. Oder so die Sicherheit. Dort bin ich schon noch gegen aussen am Sende gewesen. Ja. Und dann bin ich auf den Producer zugegangen, nach unten, wo das Spiel fertig war, und habe gesagt, so, ja, eben, ich mache Musik, kann ich den Titeltrack machen zu dieser Sendung? Das wäre doch sehr cool. Und das hat es dort wirklich noch nicht gegeben, dass irgendwie Leute singen, jetzt nehmen wir den Song von einem, der dort dabei ist, oder? Yeah, yeah, yeah. Dann hat er gesagt, nein, ist schon gut. Dann hat er wahrscheinlich gedacht, so, ja, der kann doch eh nichts, oder? Ich habe auch wirklich noch nicht so viel dort dort, oder? Ich bin so wie, okay. Und dann so, ja, dann bleibe ich im Fall da, dann reise ich nicht mit euch nach Hause. Du kannst mir ja schreiben, wenn du etwas willst. Dann bin ich auf Thailand gereist, oder? Die sind alle in den Flughafen gegangen, tschau, tschüss. Wirklich? Ja, und ich bin dann halt den Rucksack genommen und bin weitergereist. Und dann habe ich das E-Mail bekommen. Dazumal hast du per E-Mail müssen. Ähm, ja, sie hätten jetzt gleich Interesse, irgendwie einen Monat später, oder drei Wochen. Dann wirklich, das ist wirklich, ich kann nicht zögern, keine Sekunde. Ich habe gerade das Billett gelöst, am nächsten Tag, los, ins Zürich angekommen, mit meinem Kollegen, dazumal mein Partner, mit dem ich zusammen Musik gemacht habe, der Thomas Gassmann, der E-Mail anruft, so, ey, wir können jetzt einen Song machen, wir haben einen Auftrag. So, ey, gehen wir, oder? Nachher weiss ich noch, der hat dazumal studiert in Friburg, in einer kleinen Studentenwohnung, haben wir den Kompi aufgestellt gehabt, haben den Beat gemacht, dann haben wir Risotto gekocht, ich weiss so, ich habe den Robinson Crusoe gelesen, extra zu mich informieren, weiss doch, was hat der denn eigentlich noch gemacht, oder? Und dann habe ich das Lied geschrieben dort halt, und dann haben wir es abgegeben, und dann, äh, der Rest ist, äh, Geschichte, oder? Ja, siehst du, das habe ich alles nicht gewusst, weil, über mittlerweile ist das ja, ist das ja, recht normal, sozusagen, dass irgendwie, ich weiss noch, was ist es gewesen, beim Schweizer Fan seit dem Match, wo er dann irgendwie, der Bashi den Titelsong, auch noch gesungen hat, aber er ist ja auch in der Sendung dabei gewesen, also, das ist... Heutzutage wählt es einen Musiker, weil ihr wisst ja, er kann spielen, und er macht dann auch noch den Track dazu. Genau. Aber ich habe das alles nicht gekannt, und die Sendung habe ich aber nie gesehen, sondern ich habe gewusst, das gibt es, und ich habe dann den Clip gesehen, und, und, ich habe nicht gewusst, dass das alles so entstanden ist, on the go. Aber eben dort ist, nachher bin ich zurückgekommen, bin so, habe eben Plattenvertrag angeboten bekommen, und ich bin natürlich, ja, also, in einem kurzen Moment bin ich völlig durchgedreht, oder? Ich war 21 gewesen, und habe nicht mehr in die Migros laufen, alle haben wir gekannt, weiss so, es hat schon etwas gemacht, und ich bin dort auch mega dankbar, ich habe gute Freunde gehabt, die gesagt haben, hey, Dodo, relax, jetzt musst du im Fall ein bisschen bremsen, wie lässig, es steigt dir schon ein bisschen zu kommen, weil du bist jung, der ist Superstar, man, jetzt geht es los, oder? Ja, es hat so den Moment gegeben, so ein Konzert, das weiss ich noch, wo nachher, ja, wo so Bärchen auf die Bühne geflogen sind, und dann stehst du so, wow, fuck, das ist so wie jetzt Amerika. Yeah, Und recht cool, und dann habe ich eben aber die Freunde gehabt, die immer gesagt haben, hey, nimm es easy und so, und dann habe ich mich auch ein bisschen beruhigt, und dann ist auch so der Entscheid gekommen, ja, wie geht es jetzt weiter? Und ich bin halt wie von null auf hundert berühmt worden, und dann habe ich wie für mich entschieden, hey, schau, ich möchte Fans haben, die meine Musik schätzen, nicht nur ich draussen, oder das dürfen sie auch, alle dürfen das sehen, ich habe gerne, wenn mich Leute schätzen, aber ich möchte auch mit meiner Kunst dastehen, und dann habe ich wie für mich entschieden, okay, das ist jetzt, das muss ich mir erarbeiten, weil die Leute müssen das spüren, dass du den Weg gegangen bist, und das war die beste Entscheidung, ich weiß auch, ich habe das intuitiv für mich gefunden, so wie, ich muss jetzt im Fall einen anderen Weg gehen, ich muss Konzerte spielen können, ich muss mit Fans spielen können, ich will dich für mich gewinnen, ich will mich mit ihnen gross werden, und dann sind es 15 Jahre daraus geworden, wo es dort durch, ich habe immer Shows gespielt, ich bin eigentlich immer rum gewesen, ich habe eine Reggae-Szene mit aufgebaut, die Mund an die Reggae-Szenen, oder? Ja. Ähm, ja, und dann ist das Producer-Ding gekommen, wo es mit der Stefla-Chef, wenn ich das erste Mal, und ich gemerkt habe, so, eben bei mir, es ist so schwierig, Fuss zu fassen, und wirklich meine Fans zusammen haben, einen Plattenvertrag, wirklich jetzt als Todo bekommen, dass ich gefunden habe, okay, jetzt produziere ich jemanden. Ja. Das nächste Experiment. Und dann hat es Bang gemacht, es ist Platz 1 gegangen, ist natürlich, also eben Bang, es war auch 7 Jahre Arbeit mit der Stef, bis das klappte. Ja, ja. Die Leute sehen den Erfolg, oder? Aber du bist den Weg gegangen, aber es war der schönste Weg, ich will den nicht missen. Das ist ja, also, als du dann nach Robinson entschieden hast, eben den Weg so zu gehen, hast du dich ja dort, auch wenn es ein Buchentscheid gewesen ist, hast du dich für eine Kunst über Bekanntheit entschieden. Weil das eine wäre gewesen, ich reite jetzt die Welle zu dort, und probiere das Momentum mitzunehmen, so lange wie es geht, und wahrscheinlich wäre es eh nicht so lang, gegangen, weil oft, wenn du probierst, aus einem Hype etwas mitzunehmen. Ja, nein, schlussendlich, ich spüre ja Menschen, ob es du kannst oder nicht. Also du musst es ja dann schon auch können, oder? Und du kannst schon so, eben, es hat so viel mit Gefühlen zu tun, oder? Wenn du einen Sohn machen kannst für eine Serie, wo du selber drin bist, hast du natürlich sehr viel zu erzählen, und du kannst wie das reiten, aber das ist für mich auch so, das war einfach der Startschuss, aber wenn ich gespürt habe, ich muss essenzielle Sachen erzählen, um zu können schreiben, wirklich an welche Richtung schreiben zu können, wie macht man das? Weisst du, wie macht man Songs? Das ist das, was ich Comedians immer probiere zu sagen, wenn sie anführen, und sie machen irgendwie ein halbes Jahr kommende, Jahr kommende, scheissegal, und es gibt wirklich Leute, die sie schon sehr gut können dann, aber was sie alle immer schon perfekt können, ist irgendwie auf Social Media sich promoten, da klebt das, 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 und man sagt, das kann ich nie im Leben so gut, aber probiere zuerst das, was du wirklich willst machen, probiere das zu lernen, zu verbessern, damit du dann das Können, was du schon hast, nämlich dich vermarkten, dass du das dann anfängst anzuwenden, wenn wirklich etwas dahinter ist. Ja, das ist schon etwas, wo man muss, also lernen, also jetzt in der Musik ist es so, schlussendlich kommt es auf den Song drauf an, du kannst die beste Marketingidee haben, wenn der Song nicht geil ist, ist der Song nicht geil, sorry, dann kannst du noch so etwas korruptes auf dem Mond landen, aber wenn der Song wack ist, dann wird niemand hören, und dann hast du vielleicht das Momentum, weil du auf dem Mond gelandet bist, aber der Song ist immer noch schlecht. Also es ist viel besser, wenn der Song gut ist, darum an mir die Regeln, also in unserem Team ist immer Song first, oder Music first, du musst zuerst immer, die Musik muss stimmen, und nachher Ideen, um es zu vermarkten, weil du kannst wild gehen, aber wenn du den Song nicht hast, sorry, mach zuerst den Song an, oder mach ihn gut. Und als du das Producer Ding angefangen hast, ist dann so bei dir, wie will ich sagen, ist dann nochmal ein Feuer entfacht, wo du gesagt hast, ich will aber für mich, das dann auch noch irgendwann, auf dieser Scale hinkriegen. Ja, das war immer ein Traum, also ich habe sogar, in der Zeit, als ich Lohen Loddück produziert habe, habe ich natürlich mit verschiedenen Leuten, aus dem Business geredet, und viele, oder Paare haben mir angeboten, so, ja, wir geben dir einen Vertrag als Producer. und ich so, nein, ich will nicht, das kann ich ja, also das habe ich jetzt bewiesen, was soll ich, also das mache ich ja, weisst du, ich muss nicht für euch arbeiten, ich bringe mir Kunden, dann mache ich es, aber was, ich kann mich nicht anstellen für das, weisst du, oder unter Vertrag nehmen, oder dann müsst ihr ein besseres Angebot, oder ein richtiges Angebot machen, und ich habe einfach gefunden, nein, mein Traum, meine Vision ist, ich will als Künstler realisieren, und dort, dann ist die Aufgabe wieder gekommen, das war so ein Wendepunkt gewesen, ein Breakthrough, in meinem Leben, wo ich so wie gefunden habe, okay, alle nehmen mich immer noch nicht richtig ernst, das Solo künstler, wie mache ich das, und ich habe das in mir hinein regeln, weisst du, so wie, okay, ich habe so viel Erfolg als Producer, aber ich will, ich will können einen Hit haben, ich will können selber spielen draussen, und selber können von diesem Leben, weisst du, als Künstler, und dann habe ich entschieden, ich habe einen Masterplan gemacht, ich habe das Buch gelesen von Napoleon Hill, das heisst, Denke nach und werde reich, das hat mein Leben verändert, weil ich das erste Mal schriftlich vor mir gesehen habe, was ich schon lange gedacht habe und gespürt habe, kennst du den Effekt, dass plötzlich jemand etwas erzählt, wo du weisst, aber du hast es noch nie so sagen können, wie der Mensch das dir jetzt sagt, weisst du, wo du merkst, das ist genau das, das habe ich mir immer überlegt, und der hat das aufgeschrieben, ein, ein, ein Hit geschrieben, so, das Buch gibt es, das gibt es schon seit dem letzten Jahrhundert, oder, das ist alt, und dort, erzählt er eben so die 13 Regeln zum Erfolg, und ich habe mir das im Fall, das Buch, ich habe das jetzt sicher schon 20 Mal gelesen in meinem Leben, und ich empfehle es allen, die etwas reüssieren wollen, in ihrem Leben, es ist ein wenig cheesy Name, weil es aus dem amerikanischen kommt, die sind immer ein wenig cheesy drauf, mit denke ich nach und werde reich, es ist so, aber Napoleon Hill sagt selber im Interview, ja, wenn er darauf geschrieben hat, wie backe ich Käsekuchen, jetzt einfach nicht verkauft, und sein Marketing war einfach, ja, ich schreibe das auf den Deckel drauf, weil das, wenn die Leute interessiert das, aber du kannst anstatt reich, also, geldmässig reich, kannst du deinen Traum dort hinschreiben, meinen ist es gewesen, ein Hitzer, also, von als Solokünstler zu leben, ja, ein Hitzer, oder Hits, ja, ja, und dann habe ich mir das aufgeschrieben, Plan nach Plan, wochenlang, ich habe einen Manager gefunden, einer von den Erfolgreichsten, der hat meine Sachen angefangen, gut zu finden, die ich dort schon geschrieben habe, für mich, dann habe ich eine Band zusammengestellt, dann bin ich von meinem alten Label weg, habe einen Vertrag gemacht mit Sony Music, und dann ist Hippiebus rausgekommen. Ja. Aber das ist zuerst da rein, ich habe mich bereit, es hat Zeit gebraucht, bis ich es gecheckt habe, weisst du, wie das funktioniert, und ich habe mir alles schön, es war ein Plan gewesen. Eben, es ist kein Zufall, weil die Leute hören ja dann auf einmal Hippiebus, und es wird ein huge Hit, und für die Leute ist es dann so, ah, jetzt hättest du Dodo auch noch geschafft, weisst du so, aber das ist es ja nicht so, du hast zuerst in deinem Kopf gemacht, dann hast du alle die Schritte unternommen, wo du gesagt hast, ich suche mir jetzt einen Manager, ich mache jetzt Band, bam, 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 und dann kann das überhaupt passieren. Genau. Es ist kein Zufallsprodukt. Nein, und der Song auch, weisst du, ich habe den Song nicht aufgeschrieben so, ah, ich will das, sondern ich habe gesagt, ich will einfach das Nummer 1 Album, ich will Nummer 1, weisst du, ich kann mir das anfangen einreden. Ja. Ich bin der, das bin ich, ich bin der, und ich werde jetzt der. aber dann, weisst du, dann haben eben auch so Songs passieren nachher, aber das Schönste ist, gleich, der Weg hat so viel Spass gemacht, es ist geil gewesen, der Weg, also jetzt auch darüber zu reden, der Weg ist so geil gewesen, weisst du, es ist, manchmal ist es eben cool, wenn du noch nicht alles erreicht hast in deinem Leben, weil du kannst den Weg machen dort hin, und das ist eigentlich viel geiler. Ich habe mal etwas sehr Spannendes gelesen, wenn du, weisst du so, wenn du deine Ziele, gerade könntest du realisieren, dann wäre es so, als wärst du ein Bildhauer, wo gerade sein Bild, also weisst du, ein Steinmetz, der nach einer Stunde lang da eine Figurchen rausmacht. Mhm. Wenn er einfach dort einmal schlägt, dann wäre es schon dort die Figur. Mhm. Aber einem Steinmetz, oder einem Bildhauer, macht es sehr Spass das, dort zu arbeiten. Das Gleiche gibt bei mir, in mir macht es, den meisten Spass macht es mir, die Musik zu schreiben, nicht zu hören. Ja. Nachher, ich habe es ja gemacht, weisst du so, ich habe tausend Stunden mit dem Lied verbracht, das ist das Kind von mir, aber nachher soll es laufen selber. Mhm. Ich bin schon wieder mit dem Nächsten. Ja. Das, was wirklich Spass macht, ist der Weg. Und das checken eben leider noch nicht alle, und das macht mich wahnsinnig, weil, es ist doch das Schönste. Also weisst du, ich war auch schon verzweifelt, so scheisse, wieso, wieso schaffe ich es nicht? Und nachher, kannst du aber sagen, okay, was muss ich machen? Ja. Und nachher überlegst du, ah, das. Und wenn du anfängst da oben, dir das, Sachen richtig einzureden, dann werden sich Wäge zeigen. So da durch, geh da durch. Mhm. Dann kannst du ja schauen, ah, das gefällt mir noch. Geh da durch, und dann lernst du dich kennen, lernst du das kennen, kannst plötzlich Podcast machen, weisst du so. Ja. Es macht, es ist einfach geil. Nein. Ich glaube, ich glaube, was alle kreativen, also eben Menschen, die wollen kreativ sein, sich bewusst sein, ist eben, dass der Grossteil davon kreieren ist. Warum bist du kreativ? Mhm. Und wenn dir dieser Teil vom ganzen Prozess keinen Spass macht, das ist eigentlich gerade kein Schloch. Mhm. Also weisst du, wenn ich jemanden höre, der irgendwie so, fuck, ich muss ein neues Album machen, oder scheisse, ich muss jetzt ein neues Programm schreiben, also weisst du, wenn es der Anschiss ist, das zu machen, dann wird es wahrscheinlich nicht dient sein. Oder du bist doch auch so ein gutes Beispiel, das habe ich vom Tabu gehört, dass, ähm, also im Business funktioniert es ja so, dass, du musst, äh, deine Tour ansagen, oder, die ist in einem Jahr. Mhm. Aber dass du häufig gar noch nicht genau weisst, wie dein Programm ist. Aber du hast dein Ziel, oder? Also du musst mich korrigieren, wenn es nicht so ist, aber so habe ich es verstanden. Dann passiert es? Ja. Okay. Und dann bist du noch da, oder? Du weisst, irgendwann dann muss ich es haben. Genau. Oder, das ist A, und du bist aber noch bei B irgendwo da hinten am Umentürlen und nimmst es auch relativ easy wahrscheinlich. Und dann kommt es ja näher, oder? Und du hast ja wieder das Ziel. Ja. angefangen zu arbeiten. Mhm. Und das ist doch der geilste Prozess, nachher reinzukicken. Das ist das Geilste, ja. Und das ist doch irgendwie, irgendwie die Falle von all den, von diesen Fernsehformaten, oder die sagen, ja, du bist jetzt berühmt. Ja. Ja. Wir haben da Jury, und sie sagen, ja, du bist gut, und dann kannst du einfach mit ihnen eine Stunde zusammensitzen, und dann kannst du alles. Ja. 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 Mann, das funktioniert einfach nicht. Tuch. Also eben Leute, die einfach berühmt sind. Ja. Das geht schon. Du bist einfach, du bist ja nichts, außer berühmt. Mhm. Das würde dich niemals so glücklich machen, als der Weg dort hin. Gut, aber es gibt Menschen, weisst du, ich stelle mir manchmal vor, wenn wirklich die Ziel ist, berühmt zu sein, wenn das die Ziel ist, dann musst du vielleicht wirklich bei so einer Castingshow mitmachen, weil das Hype-Gefühl von den paar Wochen, weisst du, wo dann irgendwie, ich denke so DSDS am Anfang, wo einfach irgendwie, das sind bessere Einschaltquoten, als Wetten, das, weisst du, einfach gefühlt ganz Deutschland, schaue das, und erkennt eben die sofort, überall, wenn du das willst, dann musst du vielleicht dort mitmachen, weil so extrem wirst du das nicht haben, wenn du den ganzen Weg gehst, weil dann wirst du einfach mal dort erkennt, und da kommt mal jemand, und irgendwie, ja, vielleicht gibt es mal ein bisschen mehr Momentum, und ein bisschen mehr Fans, so. Ja, also ich habe immer aus der eigenen Erfahrung, mich hat es eben nicht glücklich gemacht, und ich bin lieber berühmt durch etwas, was ich kann. Genau. Als nur durch etwas, wo sie sagen, dass ich das jetzt mache, oder? Und das ist eben die Falle, vor allem wenn du jung bist, checkst du den Unterschied noch nicht. so, oder? Du willst halt wie gefallen, oder du suchst eben aussen dran, und dann eh, klar, du bist in ein paar Wochen Fame, aber dann kommt eine unheimliche Leere. Ja. Wo du, und dann, eben dann ist es so wie, ja, das ist der Trick gewesen, oder? Sie haben sich bereichert, dank dir, also sie haben, sie haben dich verkauft, weil du so jung und naiv und zu hübsch, und du kannst vielleicht auch schon etwas, das heisst ja nicht, dass du nichts kannst, aber wie, sie haben, sie haben dich genutzt, deinen Traum, aber deinen Traum, den hast du nicht vergessen, nachher, du musst weitergehen, ohne sie, und das muss, das ist ja viel wichtiger zum Lernen, so, ja, schau, ich muss innen daran stark sein, ich habe das innen daran in mir, ich gehe jetzt, ich lerne das Instrument, ich lerne, ich lerne zu schreiben, ich lerne, mich mit, weisst du, mit den Leuten auseinanderzusetzen, ernsthaft mit der Kunst, was heisst, weisst du, wenn ich das Worte so brauche, anstatt so, und nicht nur irgendetwas, bei dem bleibt es einfach irgendetwas. Und, und, dein Traum, ist ja dann eben auch sehr klar gewesen, Musiker zu sein, und eben nicht, die einzelnen, die einzelnen Vorteile zu haben, wenn man Musiker ist, sondern wirklich Musiker zu sein, und da gehört alles dazu, da gehört eben auch der Prozess dazu, da gehört, da gehört dazu, wie du sagst, Fehler, ich sehe es auch nicht als Fehler, oder, oder Rückschläge, oder, all dieses Zeugs, da sehe ich immer als etwas Positives, weil, weil, weil es dich ja weiterbringt, weil eben durch das kannst du dir dann auf einmal wieder klarer werden, das will ich, das will ich nicht, und da muss es jetzt durchgehen, oder? Ja, spannendes Leben. Und, ähm, was ich natürlich schon noch ansprechen, ist, äh, was so auch ein Creative Haven gesehen ist, meiner Meinung nach, ist, ist das Studio, äh, das Studio Pfingstweit, das ist, weil dort habe ich mal den Tabu besucht, äh, wo sie, ähm, was haben sie, Softdrinks gerade produziert, ähm, und, ähm, ich habe den nicht gekannt, aber ich habe gewusst, das ist, es ist eigentlich dein Studio, und, und ich komme jetzt vorbei auf einen Kaffee, und, und ich glaube, auch weil du viel Kaffee trinkst, und Tabu viel Kaffee trinkt, und so, ich glaube, es ist eh, von 8 Uhr morgens, bis 12 Uhr nachts, immer eine Kaffeekanne auf dem Herd, und dort hast du also gesehen, hast du, ah, hast du die kleine schon, okay, jetzt kommt die grosse, immer so hier und da, und ich trinke dann den Kaffee, und du kommst irgendwie, du kommst irgendwie aus der Dusche, mit einem Badtüchle, und wirklich mega nett, kommst dann so, hey, ciao, und danach kommst du irgendwie, frag mich nicht woher, und, und dort habe ich gemerkt, Scheisse, das ist so, ich habe es richtig gespürt, als ich da reingelaufen bin, das ist einfach so, Kreativität von A bis Z, eben, und da geht es jetzt nicht darum, wir produzieren den nächsten Hitze, sondern einfach, wir sind da, und wir machen etwas. Ja. Völlig anderer Ansatz, oder? Und, ja, ist dann leider, leider irgendwann, äh, abgerissen worden, so, aber ich, so wie ich eben das Gefühl habe, dich einzuschätzen, hast du auch in dem dann, also ich weiss, dass du viel Positives daraus gemacht hast, wenn man das neue Album anschaut, aber auch sonst, dass du das eben auch als Chance gesehen hast, dass, so etwas dann gleich begrenzt ist, irgendwann hört auch das auf. Genau, das Endliche, oder dann eben wieder, äh, die Chance nutzen, durch etwas Negatives eigentlich, was einem wieder fragt, eben, ich habe das, das Pfingstweit Studio, das ich, über 10 Jahre, mit diversen Künstlern aufgebaut habe, ich habe ja dort drin gewohnt, das war meine Wohnung, das ist wirklich, das ist wirklich, so eine Kommune gewesen, wo Loh und Lodig ein und aus ist, der Nemo ist ein und aus, Steph hat einmal ein Zimmer hinter, äh, neben meinem, ich habe ein Zimmer gehabt, und sie hat dann das andere gemütet, und, der Dabu hat auch schon fast dort drin gewohnt, oder, mit ihm zusammen ein Studio betrieben, wir hatten einfach zusammen einen Regie, äh, einen Aufnahmeraum gehabt, und das war eigentlich eine Wohnung gewesen, oberhalb von einem Roststall, wo wir, wie ein Taubenschlag dort innen gewerkelt haben, oder, und unser Traum gelebt, ich meine, der junge Dodo wollte erleben von der Musik, und in diesen Räumlichkeiten, habe ich es geschafft, mit den Leuten, die dort ein und aus sind, der Vibe, den wir dort angefangen haben zu kreieren, der Kaffee, den wir getrunken haben, das hat gelebt, und, ja, es war eine der schönsten Zeiten in meinem Leben, und darum hat es mich auch so viele Schmöge, die nach einem Park gekommen sind, und, ich habe auch wirklich ein Zeitchen, ähm, das sieht man übrigens alles, das ist in diesem Film drin, wo man auf SRF Dock schauen kann, namens Odyssee, die ganze Geschichte die letzten drei Jahre, hat den Regisseur da, der Alex ist auch mit den Regalen festgehalten, und dann sieht man so ein wenig den Weg, wo ich gegangen bin, weil ich am Anfang auch nicht genau wusste, ich soll jetzt weiterhin Musik machen, so wie, ah, der Ort ist so magisch gewesen, und dann verlierst du das, aber in den letzten Wochen von dem, bevor der Abriss passiert ist, bin ich dann so am Fenster gestanden, und so gesagt, okay, wenn ihr mir mein Studio am Erdboden gleich macht, wie mein Neues den Erdball umreisen. Mhm. Ich baue sie in so einen Schiffscontainer rein, und ich werde mit meinem Studio um die Welt reisen, und in meinem Studio hat es, hat es, äh, von Welt in Fuhrer, also das Welt in Fuhrer Areal gewesen, hat es eben die Schiffscontainer gehabt, wo sie Güter umgeschlagen haben. Und darum habe ich immer die Schiffscontainer gesehen, bin auf die Idee gekommen, und dann habe ich das eigentlich dem Kollegen gesagt, der eben Regisseur ist, und er so, hey Dodo Mann, wenn du das machst, dann filme ich dich dabei. Und eigentlich war es nur so ein, ein Ausruf gewesen, so eine Trotzreaktion, weißt du so, ah, wenn ich das mache, ich gehe jetzt um die Welt, mit so einem Container. Und er so, ja okay, dann habe ich angefangen zu überlegen, und dann wurde es abgerissen, dann bin ich drei, vier Monate, äh, auf Sofas herumgesurft, habe probiert, mein Leben einzurichten, habe immer noch Produktionen gehabt, und überall, ich habe überall produziert, gell, so komische Löcher rein, ich habe einfach mein, mein Zeug aufgebaut, und dann unter dem Pult geschlafen, oder eben bei Kollegen zu Hause geschlafen, ich habe zwei Jahre keine Wohnung gehabt, ich habe wirklich überall gepennt, wo ich auch konnte. Aber ich habe es gefeiert, das war so wie der Moment, wie der, weißt du, wenn du alles verlierst, hast du die Chance, um nochmal alles neu zu machen. Ja, ja, ja. Und dann so wie, was, wenn du jetzt nochmal alles neu machen kannst, was machst du? Mhm. Weil ich bin gesund, ich bin stark, ich habe etwas gemacht, ich kann wie, ich kann wie, ich kann mir Zeit nehmen, weißt du so, ich kann jetzt auschecken, wohne, dass es geht. Was ist mein nächster Traum? Und das habe ich wie, das hat sich ein bisschen entstehen lassen, oder? Und nachher ist eben die krasse Reise, die ich mir überlegt habe, ich gehe von von Basel aus, mit dem Container runter da rein, bis auf Rotterdam, auf dem Weg mache ich Musik mit dem Gentleman, mit Seed, mit Jan Delay. Mhm. Ich habe von allen geschrieben, gell, auf meinem, jetzt, ich habe von allen Kontakte, ich bin mit allen Dunden, oder? Dann hoch, in Rotterdam, habe ich den Container genommen, dann auf dem Frachtschiff, und dann runter, an die Elferbeinkiste, weil dort bin ich aufgewachsen, von der Elferbeinkiste runter, auf Südafrika, weil ich dort so viel erlebt habe, und dann wieder zurück. Ja. Das war der Plan, der sich am meisten ausgearbeitet hat, aber auf dem Weg habe ich ja noch einen Container gekauft, Sachen rein, ein Studio anfangen reinzubauen, so wie machst du das, wie baust du eigentlich den Container so, dass es auf einem Frachtschiff hält, dass es hält, wenn du unten bist, bei 40 Grad, wie machst du das? Ja. Ich wurde Containerbauer auf dieser Zeit, ich habe, das braucht immens viel Geld, ich habe so viele Sitzungen gehabt, wie noch nie in meinem Leben, aber ich war driven, mich jetzt treiben. Verstehst du, ich habe so unheimliche Energie bekommen, weil das Ziel ist einfach nur Geld gewesen. Und ich habe es niemandem gesagt, gell, ich habe mich auch eingeladen worden, so SRF 3, und für Interviews so, ja, was ist dein nächstes Projekt, jetzt hast du ja dein Studio verloren, und ich so, ja, schau, da kommt etwas. Aber ich kann es jetzt noch nicht sagen, ich weiss noch, Judith Wärmli, so, ja, wieso kannst du es nicht sagen? So, Judith, es ist im Falle einfach gross, ich kann es dir jetzt einfach noch nicht sagen. Ja. Weil etwas mit Träumen, wenn du das hast, wenn du das zu früh sagst. Ja, ja, ja. Dann reden da zu viele Leute rein, oder, es gibt zu viele Leute, die Nein sagen. Genau. Und ich habe keine Zeit für Nein sagen. Wirklich nicht. Es geht mir auf die Eile, und es braucht mir zu viel Energie, wenn ich noch mit denen debattieren muss, dass ich es wirklich machen will. Da habe ich es, es haben nur etwa 4-5 Leute gewusst, dass ich das mache, oder mein Team, der daran gearbeitet hat. Natürlich, wenn wir mit Sponsoren geredet haben, die mussten dann auch nie das sagen, oder? Da fanden sich immer den Kopf gelangen, und so, okay, das willst du machen? Ja, auf jeden Fall hat das mega viel Zeit gebraucht, oder, bis, zwei Jahre, zweieinhalb Jahre, bis ich alles parat hatte. Und dann habe ich so, okay, das mache ich. Dann ist der Lockdown gekommen. Wirklich. In der Woche, in der wir wollten rausgehen, um alles zu sagen, was wir machen wollen, bang, Lockdown, Corona. Ich habe gewissen Sturm kommt, aber dass der Sturm Corona heisst, niemals, Und dann ist eben, das ist der nächste Ding gewesen, so wie, alles für nichts, du bist hässig, und dann okay, aber das ist wieder eine Chance. Weil der Umweg ist Ziel. Weil wir haben schon so viel daran gearbeitet, und wir sind parat. Wir brauchen, ja, wir müssen jetzt halt das Geld nehmen, das wir hatten, und etwas anderes machen. Was? Und dann ist die Idee gekommen mit, wir reisen jetzt einfach über Pässe, weil Pässe sind eine Art Hefe der Schweiz, oder? Durchgangsorte sind mystisch, du kommst vom einen Tal ins andere, suchst dein Glück, oder du musst flüchten, was auch immer, oder? Es sind mega spezielle Orte. Und da haben so auch die Anweisungen vom Bund befolgt. Ja, genau. Ferien in der Schweiz. Ferien in der Schweiz machen. Schaffen in der Schweiz. Und dann habe ich jetzt mein neues Album aufgenommen, in diesen dreieinhalb Monaten, namens Bass. Ja. Es sind elf Lieder entstanden, an den schönsten Orten, wo ich je gewesen war. Ich war auf dem Grimsel, Furka Bass, Oberalpass, Obergums bin ich gewesen. Ich bin auf dem Gletscher gewesen, auf dem Oberargletscher. Ich bin sogar dort im Gletschersee reingekumpelt, gehe baden. Mhm. Dann bin ich auf dem Rhonegletscher gewesen. Ich habe das erste Mal in meinem Leben das Mattahorn gesehen. Es sind einfach... Ja, und ich war dreieinhalb Monate oberhalb der Baumgrenze gewesen. Wie crazy ist das? Ja. Es ist ja nur das. Es ist einfach ein Abenteuer, wo du... Und das ist auch wieder eine Lehre. Ein Abenteuer kannst du nicht in ein Reisebüro buchen. Mhm. Das kannst du nicht buchen. Du kannst nicht ein Abenteuer buchen. Ein Abenteuer passiert. Ja. Wenn du es zulässt, wenn du den Weg gehst, dann gibt es diesen Umweg und der Umweg ist immer das Schönste, was dir passieren kann. Mhm. Ja, und du wirst auch... Ich finde das ja noch spannend, wenn... Unabhängig davon, was der Bund sagt, Ferien in der Schweiz und so, ich merke das schon immer, und ich mache das noch viel zu wenig, im normalen Leben habe ich ja ein paar Auftritte in der Schweiz. Ja. Und trotzdem, ich bin meistens noch mega knapp zum Soundcheck dort. Dabei könnte ich den Tag durch einmal den Ort anschauen und erkunden oder mich mal informieren, was es darum gibt. Und man macht das eigentlich viel zu wenig. Man lebt in der Schweiz, man schafft in der Schweiz, aber man beschäftigt sich eigentlich nicht mit dem, was darum herum in der Schweiz noch basieren kann. Voll, voll. Und... Und darum ist es ja dann eigentlich umso geiler, wenn du dann auf einmal drei Monate in der Schweiz eben schaffst und bist und zwar nicht in deinem normalen Setting. Mhm. Also, weil so geil ein Pfingstweit-Studio ist, du machst es zehn Jahre und irgendwann brauchst du wieder eine neue Inspiration, muss etwas Neues von aussen kommen. Ja, ich glaube, das ist wirklich das. Ich sehe es jetzt eben auch, es war ein Sagen, dass das abgerissen wurde. Es ist mega schade. Weisst du, und ich musste es verarbeiten und alles. Es gibt das Album Pfingstweit, wo ich alles verarbeite, wo Lohnlöduk drauf sind, wo Nemo, Steflaschef, der Marksways drauf, Rita Roof, der Luca, der Dabu. Weisst du, alle haben Lieder dazu geschrieben, was dort passiert ist. Aber das ist wie gegangen. Mhm. Und das ist auch etwas, was ich mega fest gelernt habe in meinem Leben. Es ist im Fall gut, die Sachen gehen lassen. Ja. Weil dann machst du Platz für die neuen Sachen. Zum Beispiel Hippiebus haben wir ja versteigert für 96'000 Franken. Mhm. Das Geld haben wir gespendet auf Nepal. Ein Hit, der mich berühmt gemacht hat und mir ein Leben ermöglicht hat, um von der Kunst zu leben, was mir so viel gegeben hat, hat anderen, weil ich es gehen lassen habe, nur mal so gut zu tun. Es gibt jetzt ein Dorf in Nepal, das haben wir mit Viva Konagua gespendet, die 96'000 Franken. Und sie haben dort ein Dorf mit Wasserzufuhr ermöglicht, dem Dorf. Und jetzt gibt es einfach das Dorf in Nepal, wo dank dem Bus, dank den Leuten, die das gefeiert haben, dank den Leuten, die das dort ersteigert haben, gibt es jetzt das Dorf, das Wasserzugang hat. Ja. Das ist einfach nur geil. Voll geil. Und das ist einfach passiert, weil ich es auch, ich habe es gehen lassen können und viele Kollegen haben gesagt, nein, du musst im Fall den Hippiebus behalten, das ist Dings. Aber ich möchte im Fall nicht Hippiebus bleiben den Rest von meinem Leben. Ich habe noch viel grössere hier, ich habe den Container. Das ist aber, das hat erst gekommen, weil ich es gehen lassen konnte. Ja. Mit dem Hippiebus. Das habe ich gemacht. Ja. Es war super geil. Und ich empfehle es allen. Es gibt nichts Geiles als so einen Hippiebus und das Gefühl einfach in den Süden runter zu fahren mit dem Surfbad oben drauf. Immens geil. Mhm. Aber nicht für immer. Also wie, es muss weitergehen, weisst du so. Du musst Platz schaffen. Genau. Und wenn du den Hippiebus behalten hättest, dann hättest du wahrscheinlich nicht den Container zu dir. Genau. Dann wäre jetzt mit dem Hippiebus der Pass nur die Hälfte da rauf gekommen. Und dann musst du dich verfroren. Ja, genau. und dann steht, oder? Ja, genau. Du hast einen Lastwagen gebraucht, oder? Wo kannst du einen anderen stellen. Ja. Das ist auf einem kürzten Gemeindenort oder auf einem Ur oder einer privaten Gesellschaft. und dann, äh, äh, haben die von Obergums uns angerufen und gesagt, ey, Jungs, ihr wisst schon, es kann einen Sturm geben, und wenn der Sturm heftig ist, dann sind wir eingeschneit. Dann geht der Pass zu. Passstrasse. Wenn der Pass zugeht, dann kommst du nicht runter und niemand kommt rauf zu dir. Ja. Und wir so, okay, gut, es war September, gell? September ist noch nicht Dezember. September, Anfang September, und wir so, okay, shit, dann müssen wir jetzt einfach einkaufen. Und dann könnte das jemand gehen. Dann haben wir so ausgerechnet, ja, komm, ich kaufe für 10 Tage ein. Mhm. Weil, es war ja gut gewesen, weil wir sind jetzt zweieinhalbtausend Meter oben gewesen, und du musst etwa eine Stunde fahren zum nächsten Laden. Das heisst, wir sind runter, auf Fischbabe, haben dort im Otto's Warenposten noch irgendwie so fünf Kilo Reisssäck und Pasta und genug Wein und Fendue und all diese Sachen gekauft, oder? Etwas haben wir nicht gekauft. Und zwar Wassergalonen. Ja. Weil, die vom Obergums haben gesagt, hey, wir haben noch so 20 Liter, ich könnte die ja haben. Weil, du musst ja irgendwo das Wasser dort oben von einer Brunnen nehmen und vielleicht versiegt nachher den Brunnen, oder vereisst. Und wir so, okay. Sie haben gesagt, sie bringen den morgen am 8 Uhr hoch. Wir so, kein Problem, gut, kaufen wir nicht. Wir sind hoch, am 8 Uhr natürlich der Pass zugegangen am nächsten Tag. Die grösste Stunde, die du dir vorstellen kannst. Und ich so, okay, Scheisse, was wir machen. Dann haben wir alle Petflaschen genommen, aufgefüllt, solange das Wasser gelaufen ist. Die restlichen Weinflaschen, weisst du, haben wir ausgeputzt und dort auch Wasser. Wir haben alles aufgefüllt, oder? Also, für Durste wirst du auch nicht, weil das Schnee. Ja, ja, klar. Das ist ja das Gute an einem Schneesturm. Für Durste wirst du nicht. Und dann ist es zugegangen, dann sind wir wirklich sechs Tage dort oben eingeschneit gewesen, und wir konnten nur mit dem Helikopter rausgeflogen werden. Und der Big Jay, also mein Co-Producer, und ich haben dann dort oben gehauset, und es war das Geilste, Simon, und es war einfach für dich. Und manchmal, es war wunderschön, aber sie durften ja trotzdem nicht aufmachen. Ja, ja, ja. Du hast den schönsten Schneehang und alles, eine Lawine, hast du gesehen, runtergekommen, aber über das Matto habe ich noch nicht gesehen, so weit konnte ich von der Furke oben. Und dann bin ich dort sechs Tage eingeschneit und dann hat es das Lied Annemarie gegeben, und das ist jetzt auch mein neues Album drauf. Und wenn man eingeschneit ist, also du musst ja dann nicht im Container drin bleiben sechs Tage, du kannst ja schon raus und die Sachen anschauen. Ja, voll. Und ich musste aufs Dach hochgehen und Solarpanels freischaufeln, oder? Ja, ja. Das musste ich machen. Nein, du kannst... Also, wandern gehst nicht, oder? Weil es eben Lawinen gefahren ist. Ja. Aber aussen dran konnte man in den Schnee liegen und alles machen. Das war ganz wie dich. Ja. Du warst nackt durchrennen. Scheissegal gewesen. Ein paar Gämschis und Steinböcker zu gehen. Hast du jetzt mit dem Container auf den Pass angefangen, eben so im kalten See gehen und was weiss ich? Ich habe gesagt, du bist jetzt gerade irgendwie in die Limmat gegangen. Im tiefsten Wetter. Nein, das hat... Das ist... Das ist auch wieder etwas, was mega wichtig ist für mein Leben oder ein sehr wichtiger Punkt ist jetzt momentan, wie ich lebe, wo die Pfingstweite abgerissen wurde, habe ich gesagt, ja, ich muss jetzt ins kalte Wasser gumpen. Weisst du, ich muss etwas Neues machen. Oder es gibt ein Sprichwort ins kalte Wasser springen, oder? Wenn du dich etwas Neues getraust. Ja. Wo du vielleicht Angst hast, oder? Ich habe alles verloren im Sinn von, ich habe schon zu essen gehabt und ich habe Freunde und Familie, aber ich habe meine Wohnung nicht mehr, meinen Arbeitsort, ich habe wie ein Stückchen die Heimat verloren. Und so habe ich gefunden, Scheisse, jetzt, ich muss etwas Mutiges machen, ich muss irgendetwas finden, eben den Content, ich muss ins kalte Wasser springen. Und ich habe mich mit dem Satz mega lang auseinandergesetzt, eben ins kalte Wasser springen, so krass, dass ich eben dem Wim Hof begegnet bin. Mhm. Auf YouTube. Mhm. Und das passiert, weil das ist Energie, oder? Wenn du etwas viel denkst, dann ziehst du es an, im Leben. Ja. Und dann ist immer wieder der Wim Hof, irgendjemand hat mir von dem erzählt, oder ist aufgepoppt, ich habe selber recherchiert und irgendwie hat es mich angefangen zu wunden nehmen, weil er hat eben die Kälte entdeckt und so wie die Benefits von der Kälte angefangen auszuchecken und hat eine ganze Methode entwickelt. Also es ist ein Holländer, der immer so Eisbäder macht. Genau. Ja. Er hat eine krasse Geschichte, was er alles erlebt hat. Das ist schlimm. Aber er hat eben die Eisbäder wie eine Art heilig, seelenheil, aber auch körperliche, und er gibt das weiter sein Wissen und mich hat das fasziniert, weil der Typ ist wirklich in der Unterhose, also in der Unterhose läuft irgendwie durch die Arktis und ist in den Badhosen auf den Himalaya rauf gestiegen und hat so Weltrekorde gemacht, ist im Eistauchen so lange taucht, dass ihm die Pupille eingefroren ist. Also wirklich ein Spinsir. Ja. Und dann so, wie geht das, wie kann das? Und dann ist er so positiv und wenn du ihm zuhörst, denkst du so, wow, ich möchte das so sein, oder? Das ist voll gut. Was er sagt, das stimmt alles. Und dann hat mich das so mitgenommen, dass ich gefunden habe, ich buche mir jetzt so einen Flug auf die Polen und ich gehe zu dem. Dann bin ich zu dem eine Woche lang und habe einen Retreat gemacht bei ihm. Wirklich? Ja. Und dann habe ich gelernt, bin ich bei ihm gewesen und habe einfach, ich habe schon vorher angefangen an Eisbaden und mich der Kälte aussetzen, aber ich hatte noch keine Lehre oder so. Ich habe das mehr von YouTube irgendwie wie abgeschaut und probiert zu machen und nachgelesen halt, recherchiert. Und dann bin ich zu ihm, habe ihn interviewen, habe ihn kennengelernt, habe mir auch vom Container erzählt, von meinem Traum. Da hatte ich den Container noch nicht. Ich habe mir einfach gesagt, schau, das ist meine Vision und ich will das schaffen und alles, was mir hilft, das zu schaffen, das will ich lernen und ich merke, ich muss das lernen, was du machst. Und dann, eine von den krassesten Erlebnissen war, dort auf dem Mount Schnetzko aufzulaufen. Da kommt auch ein Film von, wir sind drei Stunden oben ohne, nur mit den Wanderschuhen und den Badhosen an, auf einen Berg aufgelaufen, durch den Schneesturm. Eine ganze Gruppe, drei Stunden lang da oben nachkommen, oder ich konnte die Finger nicht mehr bewegen, niemand ist krank geworden. Ich kenne nichts. Und sollte ich das machen, bin ich auch nicht mehr krank. Ja. Und das hat einfach so viel Effekt und ja, ich könnte jetzt stundenlang über das erzählen. Ich kann dir schnell sagen, was mich am meisten fasziniert, oder was mich von dem Teaching, von dem Lehrer, den ich an Wim Hof als Lehrer am meisten gelernt habe, ist so wie, wenn du dich einmal täglich an der Kälte aussetzt, das ist etwas Schlimmes, oder ich finde es immer noch nicht geil. Also weisst du, es braucht Mut, immer wieder, Überwindung. Aber wenn du das anfängst zu kultivieren, die Überwindung, hilft dir das so fest, in deinem täglichen Leben Sachen zu realisieren, ich bin dank dem, bin ich stark geworden. Oder noch stärker, als dass ich vorher war. Ich dachte, der Mann hätte ich wieder so sagen können, okay, ich mache das mit dem Container. Mir egal, wenn alle Nein sagen, oder ich kein Geld bekomme für, weisst du, viele Leute haben mich abgewimmelt. Ich habe gesagt, du spinnst, Mann. Niemals. Sie haben mich ausgelacht. Sie haben gesagt, was? Das ist ein Schaden. Was willst du mit dem Container? Elf und halb Tonnen schwer. Schleift es. Oder? Und genau die Auseinandersetzungen am Morgen früh in die Dusche oder in die Limmat rein kommen, wenn sie gefroren ist oder im Bergsee rein. Du sprichst, aber du merkst, wenn du schnaufst, kannst du alles aushalten. Mhm. Und du schaffst es. Weil dein Körper und dein Geist beginnen zu arbeiten. Ja. Und du lernst so viel. Oder ich habe so viel gelernt. Du das. Eben vor allem, hartnäckig zu bleiben und Sachen aushalten, die widrig sind, widrige Umstände. Ja. ich habe es mir auch schon gesagt über den Bühlmann, in den kalten See zu baden und so, noch nicht. Aber ich tue jetzt seit bald vier Jahren jeden Tag kalt duschen. Super. Also jeden Tag, wo ich dusche. Im Lockdown hat es mal zwei, drei Tage gegeben, wo man nicht unbedingt duscht hat. Aber zumindest im Winter zuerst warm und dann kalt und der Sommer eh einfach kalt. Und das ist genau das, nämlich, ich finde es immer noch nicht geil, es ist aber nicht mehr so schlimm wie früher. Und es ist vor allem immer der Moment eben vor der Überwindung, wie früher irgendwie vom 10 Meter Springen oder so. Wo du dann den Hebel umstellst auf kalt. Mhm. Das ist eigentlich der Moment für die Überwindung. Was nachher passiert ist, Und es gibt einen mega schönen Spruch, der sagt, der Mut die gewinnt. Mhm. Und das stimmt einfach. Wenn du dich wagst, ist, du musst, du musst dort hinzugehen, wo deine Ängste sind. Mhm. Und dann, dann wirst du belohnt. Immer. Mhm. Dann schaffst du es. Ich habe eben das mit meinen Augen ausmachen. Ich musste schauen, dort wo ich mit der Robinson, mit Malaria, mit... Das waren immer Sachen, die ich auch mit meinen Ängsten musste arbeiten. Oder? Und weil ich da reingegangen bin, habe ich es wie auflösen. Mhm. Und bei Kälte ist es so offensichtlich, weil dein Körper, dein Dinosaurierhirn sagt, Flucht. Ja. Automatisch. Jeder Mensch hat das gemacht. Und du gehst hinein, du sagst nicht, ah, schön. Wenn es Nullgrad ist, oder? Und du einfach dort hinein. Nein. Der Körper sagt, geh, Mann. Was machst du? Und nachher fangst du an atmen, fangst langsam, oder? Und du fangst dein Hirn an beruhigen und sagst, alles gut, Mann. Spür. Mhm. Ich mache für das. Mhm. Und dann wird es dein Freund, oder? Dann sagt er auch, der Wim Hof sagt immer, cold is my teacher. Mhm. Und dann sagt er auch, das Geilste, was er immer gesagt hat, ist, easy does it, easy does it. Eben, geh, mach es einfach. Ja. Du kannst, schau es an, du hast Respekt, geh rein und fühl es. Mein Kollege hat einmal, ich weiss nicht, ob es ein Kurs gewesen ist, aber auf jeden Fall ist er dann auch einmal in einer Eiswanne gelandet mit Wim Hof und irgendwie noch ein paar anderen. Und er hat gesagt, es hat wirklich so, es hat wie zwei Sorten von Menschen gegeben. Es hat die gehabt, ein paar, die irgendwie unten gesessen sind und so panische Augen hatten und so nach einer halben Minute haben sie auf den Schreien und sind rausgerummt. Und die anderen, auch wenn sie vielleicht nur zehn Sekunden länger geschafft haben, gefühlt, die sind völlig entspannt gewesen und die haben dann auch quasi wie ein Erfolgserlaubnis gehabt. Ja. Und das finde ich aber auch krass, weil eigentlich nur die Hirne dort in dem Moment sagt. Die, die schreiend rausgerannt sind, die haben in ihren Augen gescheitert. Aber die, die drin gesessen sind und irgendwann gesagt haben, okay, jetzt steige ich raus, für die ist es eigentlich ein Erfolg gewesen. Mhm. Ja, ich glaube so, das Erfolgserlebnis, das du hast, das tut dir gut. Das tut jedem Menschen gut. Wenn du einfach einmal das Erfolgserlebnis hast, per Tag. Ja. Ja. Und ich dusche jetzt am Morgen kalt, also ohne warm, einfach in eine Pack anzustellen. Und wenn du das gemacht hast, ich schreie, nein, ich schreie, uuuuh, aber es ist so Glücksschrei, weil ich merke so, hey, mir pusht es, es schiesst so viel Adrenalin in meinen Körper, ich bin einfach gerade wach, es ist besser als tausend Kaffees. Du bist einfach da und sagst so, yeah, du kommst raus, dann machst du es zwei, drei Minuten oder vier Minuten, du bist einfach parat. Aber du hast eben das Erfolgserlebnis, dass du es gemacht hast. Genau. Und ich glaube es auch, eben am Anfang, jeder muss, eben, es ist ja nicht für jeden das Gleiche richtig. Mhm. Oder du musst das selber herausfinden als Mensch, hey, das tut mir gut. Ich kann nur sagen, wenn dich das anfängt, interessiert, oder mich interessiert, so wie, wie kann ich mich selber optimieren. Nicht, dass ich besser bin als andere, sondern dass ich, das ist mein Körper und das ist mein Geist. Und ich bin, ich habe die Erfahrung jetzt da auf der Welt, die ich machen darf. Das heisst, ich will das Beste haben. Wir wollen alle glücklich sein. Und wenn das eine Möglichkeit ist, meinen Körper fit zu behalten, meinen Geist gesund zu behalten, dann wieso mache ich es nicht? Ja. Ich habe einfach nie mehr zum Doktor gehen müssen. Mhm. Ich atme, ich mache die Atemmethode, ich schaue, dass meine Gedanken okay sind und ich mache die, wie im Hof, cold exposes. Mhm. Und es hilft mir. Und vielleicht hilft jemand anderem etwas anderes, oder? Logisch. Es gibt ganz viele Sachen auf der Welt, die gut sind. Aber es gibt eben auch ganz viele Sachen, die scheisse sind, wo du dir nicht bewusst bist, dass es dir schlecht tut. Ja. Vor allem in so einem Lockdown, wo du, wo, wo, wo es schwierig ist, weil du hast Angst, komische Machenschaften, alles spielt in einem ein, und im Überlebenskampf. Wie willst du da easy, noch Familie, wo man durch den Tränen ist, wie willst du da easy bleiben? Du musst einen Weg finden für dich, dass es stimmt. Mhm. Dass du gesund bleibst. Aber eben nicht nur Geist, sondern Körper, alles, oder? Du musst, es braucht Disziplin ein bisschen. Ja, es gibt ja Sachen, wo man weiss, dass sie einem nicht gut tun und man macht sie trotzdem. Ja, oder man wird fossilen, oder man denkt, man kann es nicht anders machen, oder? Wenn du plötzlich vom einen Tag und den anderen nicht mehr kannst raus, oder nicht mehr darfst du da hin, oder dort hin. Ich finde es zu schlimm, für Teenager zum Beispiel. Ja. Sorry, wir sind jetzt einfach alle am Gamen, aber das ist auch geil, dann kannst du das Game verdammt gut, aber... Sorry, wir sind rausgegangen und konnten mit unseren Kollegen hängen, sie dürfen das nicht. Sie können nicht raus, eins kippen, oder jemanden treffen, weiss so, es ist alles... Alle mit einem eigenen Joint, das würde noch gehen. Ja. Das darfst du einfach nicht. Das ist auch nicht ratsam, wenn du 14 bist, ja. Nein. Definitiv nicht. Aber, ähm, also die ganze... für dich ist sehr speziell so, weil in dieser Woche eben Kommunikationsstart gesehen war, äh, vom Container, aber, aber wo, wo Covid so richtig reingehittet hat, ähm, ist bei mir im Umfeld, so völlig klar gesehen, die einen, die einen handelt es recht gut, weisst du, am Anfang vor allem, hast du ja wirklich mal mit allen schnell telefoniert, so, hey, wie geht's dir, alles okay und so, und die einen sind eben so gesehen, du voll geil, ich bin jetzt da irgendwie im Keller gerade alles neu am Umräumen und so, eben gesehen eine Chance, so, im normalen Leben hat die nie Zeit für das, oder hat man nie Zeit gemacht, jetzt kann ich das machen, bam, 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 und andere sind völlig zusammengefallen, eben so, von wegen Scheisse, das Schlimmste, überhaupt, wo kann passieren, so, und, und du hast wahrscheinlich zwei, drei Tage gefunden, ah, fuck, und dann hast du gesagt, so ist es jetzt halt. Ja, schon ein bisschen so gewesen, ja, ja, Scheisse gewesen, eben vor allem wegen der Reise, dann Sitzungen gehabt, also, okay, okay, schauen wir vorne, was ist die Chance, welche Türe geht auf, oder welche können wir jetzt auf tun, und dann haben wir uns mega auf die Lösung orientiert, anstatt auf das Problem, ja, und du, wie hast es du gemacht? Ja, auch so, also, das finde ich ja grundsätzlich immer recht wichtig für mich, es fängt immer alles mit der Akzeptanz an, oder, je früher du etwas akzeptierst, desto schneller kannst du dann eben weiter schauen, weil, sobald du es akzeptiert hast, kannst du schauen, was machst du jetzt damit, solange du es nicht akzeptiert hast, bist du immer noch in dem, in der Phase, ja, in der Kampfphase, in der Verneinungsphase, weisst du, das kann ja nicht sein, oder, das kann ja jetzt nicht sein, dass wir einfach drin bleiben, und so weiter und so fort, und, 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 und habe es dann eben auch genutzt, von der Folge, das schaffe ich halt wieder weiter, ähm, und, ich sehe dort auch immer, ähm, statt probieren, ein Problem zu bekämpfen, äh, probiere ich dann eben sehr schnell Lösungen zu finden, und, und das hat mir, für die ganze Zeit extrem geholfen, weil, auch dort, so wie andere über den Keller rumgeräumt haben, oder so, habe ich dann gemerkt, ah, jetzt kann ich das machen, und, lustigerweise, ich habe gedacht, jetzt habe ich mega viel Zeit, um das Programm zu schreiben, aber ich habe trotzdem noch nicht den Druck gehabt, den man muss haben, ich zumindest, ähm, auch du, wenn, wenn du 31.12. das Album fertig hast, dann hast du am 31.12. hast du noch etwas gemacht, oder? Ja, also, bin ich noch im Studio gestanden, Alter ist genau so, bei mir auch, man. Aber das gehört dazu, weil, das behaupte ich sehr fest, ähm, dass, dass die Kreativität, ja, konstant am Schaffen ist, das heisst, auch wenn du, in dem Moment, jetzt nicht anhackst, und, äh, einen Song schreibst, oder ich anhack, und irgendeine Nummer schreibe, ähm, ich weiss ja, dann und dann ist eben Premiere, du weisst, dann und dann ist Album abgehoben, und, und darum, schafft die Unterbewusstsein trotzdem, und dann kommt immer der, vermeintliche, ha, aus dem Nichts ist es jetzt passiert, wo ich auf dem WC gewesen bin, habe ich auf einmal die Idee gehabt, wie ich, guckt mich nicht, die Bridge noch fertig mache, oder das und das, und, und darum ist dann auch so da gewesen, okay, ich kann jetzt zwei, drei Sachen schreiben, aber irgendwann, irgendwann brauche ich gerade einen Moment, wo ich es kann, testen, vor Publikum, wo ich daran weiter arbeiten kann, und dann habe ich es einfach gelohnt, und irgendwie, ähm, irgendwie ist es recht gut gegangen, und es geht auch jetzt eigentlich noch recht gut, weil wir sind ja jetzt wieder in einem, Aber hast du nicht das Gefühl, ähm, dass man das Glück sollte provozieren, also weisst du, so wie herausfordern, dass so wie, eben du, du musst das Glück selber irgendwo brahnen, oder holen, oder eben, ein bisschen kürzeln, so wie, okay, das, jetzt ist die Scheisssituation, ja, was ist aber gut? Mhm. Das habe ich, vor allem, als ich jünger war, habe ich das immer so gesagt, so pseudo-philosophisch will sein, wo ich so gesagt, weisst du musst zum Ball gehen, der Ball kommt nicht einfach von alleine zu dir, und, aber, mit mega vielen Sachen in meinem Leben, die ich gemacht habe, ist es genau das, nämlich, ähm, ich habe, ich habe mal eine Late-Night-Show gehabt, und zwar einfach, weil ich unbedingt habe eine Late-Night-Show machen, aber nie im Leben hat irgendjemand Fremdes mir gesagt, wir haben dich noch nie gesehen, wir haben keine Ahnung, was du machst, willst du eine Late-Night-Show machen, sondern ich habe es dann einfach gekehrt, ich habe dann gesagt, wie könnte ich es machen, äh, ich gehe in dem Theater, wo ich schon spiele, mache ich das, und ich gehe noch zum Fernsehen, wo ich schon bin, und probiere es denen noch dazu zu geben, und dann machst du es einfach, und dann hast du es eben gemacht, und kannst ja sagen, ich weiss jetzt, wie es ist, das heisst, das heisst, so wie eben so ein unerreichtes Ziel, habe ich dann schon nicht mehr, weil, gerade so meine Generation, nicht mehr ganz so fest, aber schon noch ein bisschen prägt, merke ich, sehr viele, die etwas in der Unterhaltung machen, Comedy, was auch immer, die wünschen sich eine Late-Night-Show, einfach, das ist so, wie eben so ein unerreichtes Ziel, das war schon geil, eine Late-Night-Show, und, je früher du kannst sagen, ja, es wäre nice, hat Renato Kaisers das letzte Mal gesagt, es wäre nice, aber es muss jetzt nicht sein, also, eben, zum glücklich sein, ist das jetzt nicht das ultimative, letzte Puzzleteil, geil, weil ich freue mich, wenn du es dann eben erreichtest, ist dann auch so, ja und was jetzt, oder? Ein Programm, das einfach am Abend spät ist. Gar nicht. Ja. Und ich freue mich, oft die Erkenntnis, ja, gar nicht so geil, wie ich gedacht habe. Ah, okay. Und, 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 in all diesen Sachen, tust du dir eben, dein Glück wie erzwingen. Mhm. Weil, weil du sagst, was will ich wirklich? Ähm, wie du erzählt hast, ich, ich will, ich will irgendwann der Hit, ich will, ich will das Nummer eins Album. Mhm. Und dann fährst du auch, die Schritte zu unternehmen, für das, oder? Und nicht einfach, äh, ich mach mal eine Post an die Wand, ich will irgendwann mega erfolgreicher Musiker sein, weil wenn du nicht ein klares Ziel hast vor Augen, dann wirst du ja das Glück nicht erzwingen. Genau. Oder anders wird es dann, wenn du so offen gesagt hast, wird vielleicht deinem Bruder mega erfolgreich, aber eigentlich hast du wählen. Mhm. Das ist auch lustig, oder? Ja, es gibt einen guten Spruch, den ich mir immer merke, ist ein klares Ziel. und einen klaren Weg, oder? Und du weisst, es ist ein klares Ziel, dann machst du den Weg dorthin, ist eigentlich der Plan, oder? Ein klarer Plan, aufschreiben. Und dann kann ja immer noch alles passieren, Und dann kannst du den Umweg machen. Genau, dann machst du den Umweg, aber du gehst los, und viel ist auch, dass du gerade anfängst, etwas zu machen, oder? Wenn du das Ziel hast, eben du willst, ein Album auszubringen, dass du gerade an dem Tag anfängst, Lieder zu schreiben, oder deine Band zusammenstellen, oder einen Producer finden, oder ein Instrumentalist, dass du gerade anfängst. sobald du in Aktion trittst, trittst du etwas los. Mhm. Und noch etwas von Glück, was Glück provozieren. Ich habe jetzt, bei dem Ende der Passreise, wo wir zurückgekommen sind, sind wir auf Basel gegangen. Mhm. Und eigentlich Basel, ist ja der Ort, wo ich wollte starten. Ja. Und ich habe einfach gefunden, und mein Container gesehen, also da ist alles zu jetzt, du darfst ja nicht rausreisen. Also, die Container dürfen schon, aber die Menschen dürfen nicht mitreisen. Und dann habe ich einfach gesagt, den Leuten am Hafen gesagt, hey, schau, ich hätte einfach mega Freude, wenn einmal mit dem Kran würde, den Container auf- und ablopfen. Einfach, dass ich, dass ich, dass ich am Universum sagen kann, hey, schau. Ja. Schau, Universum, du hast jetzt Corona geschickt, fair enough, wir haben mit dem gedealt, und jetzt bitte, mach einfach wieder den Baum frei. Mhm. Und lass uns einfach wieder, unsere Träume, und wo wir wieder reisen können, und es ist einfach für mich eben ein Ding gewesen, das Glück provozieren. Ja. Einfach zu sagen, hey, wir kommen einfach. Mhm. Ich habe es jetzt mal manifestiert. Ich habe es schon gesehen, wie mein Container auf und runter gefahren ist. Es ist schon sehr, sehr nah an die Realität quasi. Ich habe es gesehen. Es ist schon Reality, einfach, wir haben noch nicht rausgehen können. Weil das ist, das ist jetzt dein effektives Ziel, die Reise willst du ja trotzdem noch machen. Genau. Das ist jetzt einfach ein Umweg gewesen, und die Reise ist immer noch geplant. Ja. Wir wissen halt, wie alle Menschen noch nicht, wenn wir wieder reisen dürfen, und ich glaube es auch, es wird schwierig sein, gerade nächstes Jahr zu gehen, vielleicht wird es übernächstes Jahr. Wir müssen auch, also ja, das kostet dann auch wieder etwas, oder wir müssen irgendwie da wieder Leute finden, die mit uns ziehen. Ja. Ja, die Welt verändert sich jetzt eh mega krass. Ja. Flexibel bleiben und das Beste draus machen. Ja eben, im besten Fall hast du dann sogar, zwei Alben aus dem Container raus geholt. Nämlich, wenn du dann die effektive Reise art trittst, dann passiert immer etwas. Ja, und das ist eh, da könnt ihr Gift drauf nehmen, es ist jetzt eh, es geht weiter. wenn du mein Album hörst, wenn du mein Album hörst, du willst irgendwie wissen, wie es weitergeht. Ja. Es ist wirklich ein Konzeptalbum, das ich gemacht habe. Es fängt an mit dem Lockdown, die Türe geht auf, die Türe geht zu, oder? Und hört auf mit Holder rum am Hafen, wenn ich dort singe jetzt Holder rum, Mann. Sehr geil. Weil, heute kommt es aus dem Album quasi, wenn wir den ausstrahlen, ist es am 12.02. Yeah, so gut. Also das kannst du jetzt raus schneiden. Nein, das schneide ich nicht raus. Ja. Ich bin zu faul für solche Dinge. Nein, ganz einfach, man kann es jetzt hören. Heute ist es rausgekommen, am 12.02. Man kann auch die DOG schauen. Genau. SRF, DOG, Odyssee, wo eben die ganze Geschichte dazu erzählt. Ist eigentlich schon noch geil. Das ist so, ich habe mir das immer überlegt, früher hattest du, wie auf einer DVD Bonusmaterial, weißt, hast du jetzt quasi ... Einen Dockfilm. Ja, du hast das Album, du hast aber auch noch den Film dazu, oder? Ja, und der Film zum Album. Der Film ist grandios. Es ist wirklich so gute Arbeit, die Alexis mit Dirigala gemacht hat. Und es ist wirklich spannend, wer alles halt so in der Musikerleitung eben drin vorkommt. Mhm. Und man sieht wirklich, der Dodo an der Pfingstschweizstrasse, die Packer kommen und einfach so, fuck, was passiert jetzt? Viele Sachen habe ich ja schon gar nicht mehr gewusst, Weil es plötzlich, es hat so ausgesehen, weil wenn du jetzt an die Pfingstschweizstrasse gehst, ist ein Starbucks dort, oder? Du kannst dir gar nicht mehr vorstellen, dass dort irgendwie ein Roststall gewesen ist und oben da eine Wohnung. Es ist einfach so, äh, es läuft an. Und dann siehst du das im Film und denkst, aha, so habe ich das gemacht. Und wirst du, wenn du dich siehst, weil eben, man macht ja auch selber dann noch Sachen durch, wenn du auf einmal, du siehst dich vor zwei Jahren, vor drei Jahren, oder? Und dann denkst du so, wie das ich? Ja, nein, es ist, äh, es ist grandios. Ich, ich finde, also eben, er hat es auch so gemacht, sehr gut gemacht, der Alexis, seine Regie und Kamera, die Einstellungen, ich meine, wir sind zusammen beim Wim Hof gewesen, wie wir dort den Berg durchlaufen, dann auf dem Gletschen, mit den Drohnen, ich oben noch nicht auf dem Gletschen, das ist einfach nur, das ist einfach verrückte Sachen. Mhm. Wir haben wie unser Leben ein bisschen schöner dargestellt, auch wegen dem Film, oder? Weil wir gewusst haben, so, ja, wir machen jetzt einen Film, weißt du so, oder er kommt jetzt mit der Kamera, lass uns das irgendwie ein bisschen geiler machen, als das es ist. Ja. Oder schlimmer machen, als das es ist. Einfach, das ist einfach so, wow, okay, was, was ist, was läuft da? Und, ja, das ist, äh, das ist, äh, für mich eigentlich, megaschön, die drei Jahre nochmal so können zu sehen, weil es so intensiv war. Häufig ist doch auch im Leben, wenn viel passiert, kannst du auch nicht alles merken, oder? Du bist so wie in einem Rush rein. Ja, du kannst gar nicht rumschauen. Oder vor allem bei schlimmen Sachen, wo eben, wenn du etwas verlierst, oder jemanden verlierst, dann bist du so wie, bist du wie gelärmt, ein bisschen, oder? Du kannst wie aussetzen, Ah, das haben wir auch noch. Ah, ja, stimmt. Und so ist mir das gegangen. Ich habe so zugeschaut und dachte so, wow, okay. Dort sind wir auch noch hin. Ah, so hat es ausgesehen. Ah, da sind wir, da haben wir diskutiert. Da ist der Anruf reinkommen von Corona, dass man nicht gehen kann. Weisst du, das ist auch spannend. Ja, ich finde, ich bin immer so ein bisschen hier und her gerissen. Weisst du, ich kann es nicht, ich kann es nicht haben, wenn Menschen konstant mit dem Handy irgendwie mit Fotos machen und etwas filmen und Ah, da noch schnell. Und auf der anderen Seite denke ich, bei gewissen Sachen, dass man es eigentlich, zumindest wenn man es nicht festhalten, dass man es mega bewusst probiert festzuhalten. Also, ich habe das irgendwann mal angefangen, als ich in Berlin Quads Comedy Club gespielt habe, habe ich irgendwann Schlussapplaus gefilmt. Aha. Und zwar einfach, weil der Schlussapplaus, weisst du, alle Comedians kommen nochmal raus, verbeugen sich schnell, Zeugs und Sachen. Dort habe ich gemerkt, bin ich so heftig konzentriert mit, irgendwie, wie laufe ich überhaupt raus, wo muss ich hinstehen, dann kommt irgendwie die Person, ah, ah, ah. Dass ich irgendwann gemerkt habe, fuck, ich muss das mal festhalten, dass ich es mal in einem bewussten Moment effektiv erleben kann. Weil, für mich zumindest, ich würde nicht mehr funktionieren auf der Bühne. Wenn ich das wirklich voll einsaugen würde, dann würde ich wahrscheinlich einfach völlig bedeppert dort stehen, einfach so, äh. Also, du kannst es gar nicht wie so bewusst erleben. Und ich glaube, es gibt huren oft so Situationen, wo du dir dann eben schnell sagen musst, hey, schnell Pause drücken, einfach so fünf Sekunden Pause, schaue schnell um. Wow, Jesus. Eben, ich laufe jetzt da, ich laufe jetzt da halb nah, zu dem Weg drauf. Dann gibt es noch das Umgekehrte, das Visualisieren. Ähm, ich wollte immer, äh, weisst du, so Open Ass spielen. Mhm. Und wenn du noch nicht so berühmt wirst, spielst du halt die kleinen Bühnen und ich wollte die grossen Bühnen spielen. Ich wollte dort oben stehen und einfach 10'000 Leute beschallen können. Mhm. Aber wenn du das noch nicht hast, kannst du das auch noch nicht richtig vorstellen. Wie stellst du das vor? Dann habe ich eben angefangen, mir zu Hause das ganze Zimmer mit so Publikum bekleistern. Einfach, dass ich es sehe, weisst du. Weil ich habe es zeitlang nicht mehr richtig dran glauben können, weil es einfach nie Fürschung oder nicht genug schnell Fürschung gegangen ist. Für mich, für mich, ich bin so ungeduldig gewesen, so wie, ah, ich muss jetzt, oder? Ja. Und dann habe ich mir angefangen, das Publikum auszudrücken. Mhm. So wie mir vorstellen, ich bin jetzt da. Aber, gell, dann bin ich schon 30. Ja. Also, das ist nicht irgendwie Jugendliche, äh, 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 etwas Kindliches oder so. Ja, ja. Ich meine das sehr ernst, weisst du, wenn du es dir nicht richtig vorstellen kannst, dann such dir Bilder. Mhm. Und dann hängst du es an und schaust es an und probierst es zu fühlen, oder? Ich habe dann probiert es zu fühlen, so, ey, das ist mein Publikum. Ja. Ich will dich relaxen. Du wirst es schaffen. Und wenn du anfängst zu relaxen und weisst, ja, es gehört eh schon mir das Publikum, dann kommt es auch irgendwann. Äh, ich habe, ich habe auf dem einen, auf dem einen Laptop, habe ich ein Hintergrundbild, äh, so ein amerikanisches Theater, also von der Bühne aus, weil ich, noch schwierig ein Bild zu finden, von der Bühne aus, wo, weisst du, so eine zweieinhalbtausend Plätze. Mhm. Weil, bei uns gibt es halt nicht so ein Theater, aber dort sind es wirklich fucking Theater, weisst du, wo wir so zwei Stöcke haben, und, Balkon und allem. Genau, mit den Balkonen rundum, und du hast so quasi fünf Gänge, wo die Leute dann sitzen. Okay. Bei uns wäre es ein Opernhaus. Ja. In Amerika ist es auf dem Theater. Okay. Ich habe das so ein Bild, um eben das zu visualisieren. Das ist auch einer von deinen Träumen, oder was? Dass du mal drinnen kannst. Ja, eh. Logisch. Ja, eh, hol es dir. Du darfst, du darfst. Es ist alles da für uns. Definitiv. Eben, wenn wir dann irgendwann wieder mal reisen dürfen und so, dann, äh, dann schauen wir uns das vielleicht mal an. Oder vielleicht gibt es einen anderen Weg, du weisst nicht. Aber das ist, eben, es ist ein bisschen stellvertretend. Das finde ich noch das Geile. Also, man kann, der, der Harald Schmidt hat das mal gesagt, der Harald Schmidt hat mal visualisiert, wie er beim Piccadilly Circus, weisst du, bei der Hure Werbewand, wie dort er irgendwann mal ist. Quasi ein Plakat von ihm. Ja. Und dann sagt er in einem Interview, sagt er, es ist am Schluss nicht der Piccadilly Circus geworden, aber so etwas wie. Und das stimmt ja eigentlich. Also, er ist jetzt zwar nicht in London an dieser Wand gehangen, aber es ist der Harald Schmidt. Ja, es gibt was schon viele, da gibt es was schon viele gute Vorbilder, für mich auch. Und, äh, von, von, der Jim Carrey, hat ja das auch gesagt, er arbeitet auch ganz fest mit Visualisierung, wo er sich den Scheck selber ausgestellt hat, für eine Million, glaube ich. Und dann hat, und er ist immer zu der, er hat noch keine Jobs bekommen als Scherzspieler, er ist immer bei Hollywood, vor den Studios gewesen, und er hat sich einfach vorgestellt, er wird dort eine Rolle haben, und er wird dann mal dort spielen können. Mhm. Und er hat sich das einfach, jeden Tag ist er dort hingefahren, und er hat immer den Scheck drin gehabt, und dann hat er wirklich die Rollen bekommen, wo er ihm dann nachher die Million hineingespült hat. Ja. Das ist super cool. Und alles nur Visualisierung, und Vorstellungskraft, und, ähm, und, ähm, dafür, oder? Mhm. Das wirklich, das umsetzen, oder? Dort den Berg gehen. Ja. Naja. Das ist super geil, oder? Etwas anderes, ganz etwas anderes da. Arnold Schwarzenegger ist auch super cool. Ich liebe eben, wenn Leute ihre Erfolgsgeschichten erzählen. Ja. Ich liebe das. Der hat schon irgendwie mit 12, 14 hat er gewusst, er muss back aus Graz, er ist in Graz aufgewachsen, er hat das voll scheisse gefunden dort, oder es ist gerade Nachkriegszeit gewesen, Nazi, äh, er ist ein, was will der da mit den Bauern, äh, er will irgendwie raus, weißt du, die Jugend, und fuck, was soll ich machen? Und dann hat er so ein Magazin gesehen, das Bodybuilder-Magazin, und ich sehe einen, oder, wo Bodybuilder-Weltmeister war, und er so, ja, das will ich auch. Und dann mit 20 ist er der Jüngste geworden, der das macht, und er hat sich das einfach vorgestellt, und so, fuck, dort hinzugehen. Das heisst, es ist im Fall mega gut, wenn du Ziele hast, und dann dort, dir kannst du vorstellen, was das ist, dann wirst du es erreichen können. Weißt du, Mr. Universe? Ah ja, genau. Mr. Universe. Und dann sagt er, du musst in, in ein Muskel, du musst denken, dass dein Muskel wachst, wenn du trainierst. Ja, ja. Du kannst nicht einfach pumpen. Genau. Sondern du pumpst, und du denkst an den Muskeln, na, jetzt wachst du gerade. Wie heisst die Doku von ihm? Äh, irgendetwas Iron, oder? Pumping Iron, oder? Irgendwie so. Die ist, die ist, die ist so geil. Das ist mein Lieblingssatz. Ja, das ist wirklich noch, eben so 70s, wo er am Bodybuilden ist, und es ist eine Doku über ihn. Und, und ey, da sagt er, irgendwann sagt er so, äh, was sagt er? Ja, when the blood rushes through your veins, it's a feeling, it's like coming. I, and it's a great feeling, because I can come everywhere. I can, I can come at the gym, I can come at home. Und es ist oft, weil er eben sich, auch der, der fucking Scheissprozess, wo die Leute als absolut schlimm empfinden, nämlich Gewicht heben, dass er, äh, das als etwas Positives annimmt, oder? Und sagt, es ist wie, wie man kommen wird. Ah, jetzt kommt die Handwerkerkollege, oder? Was macht er? Er geht hinten rum. Ah, heizig. Er repariert die Heizig. Das quasi, das, das Feeling, dass er das in etwas Positives umwandelt. Es ist eben, es ist wie cool. Es ist eigentlich das primitivste Gefühl, das du kannst haben, so. Aber, it's a great feeling. I can come everywhere. I can come at the gym, I can come at home. Du wirst dir sehr gut nachmachen. Sehr gut. Es hat mal für, äh, mehrere Wochen Heiserkeit gesorgt. Ah. Darum muss ich bezauften. Ja, und also, als ich, wo ihm zugelassen hatte, eben, ja, sein Traum ist zuerst das gewesen, das hat er erreicht, nachher, hat er eben Schaus spielen wollen. Ja. Und es war mega schwierig gewesen, wer will so nur, also es ist auch nicht geil, ein Bodybuilder. Ja, und mit so einem Dialekt und allem. Also Akzent. Ja. 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 Und es ist voll abgegangen. Ja. Und er hat dann dank, dank dem, was eigentlich sein Hindernis gewesen ist, überkommen, wenn er so einen krassen Körper gehabt. Genau. Oder? Und das ist wieder, eben dein Fehler kann, dein Fehler. Und, und ist also eine Legende geworden, eben wegen seinem Akzent. Ja, genau. Aber, was ich eigentlich damit sagen möchte, das Schönste ist, was ich daraus gezogen habe, ist eben, dass der Fehler das ist, wo du dafür gehen musst, was dich noch nicht speziell macht, weil das ist deine Einzigartigkeit. Und wenn du das kannst annehmen für dein Leben, kannst du so viel Cooles daraus machen, weißt du so, eben, und häufig, das musst du wieder lernen. Ja. Du wirst ausgelacht für das, aber nachher wird es dein Ding sein, wo du etwas machen kannst, weil das hat niemand, nur du hast das. Absolut. Das, und das denke ich immer so, wenn ich an meine Schulzeit zurück denke, und ich denke eben nicht mega positiv an meine Schulzeit zurück, weil es eigentlich nicht so eine geile Zeit war, aber ich denke immer, was dort mir ausgemacht hat, warum es für mich nicht so geil war, nämlich irgendwie, dass ich gemobbt wurde und so, ist das, was mich jetzt ausmacht, für das, was ich jetzt mache. Also, eben, das nimmst du dann mit, und das ist nur von denen als negativ angesehen worden, weil ich für mich habe es ja eigentlich schon geil gefunden, dass ich so einen weirden Dude sehen würde. Und du hast wieder aus dieser Weirdness jetzt deine Karriere gebaut. Absolut. Ja, verdammt gut. So schön. Und ich hoffe, dass das mein Wunsch ist, jetzt so wie, dass, dass alle Menschen irgendwie machen können oder realisieren. Ja. Es wäre so gut für unsere Gesellschaft, dass du wie merkst, so hey okay, das ist im Falle ein Schritt weiter für dich als Mensch. Mhm. Und als Gesellschaft, dass wir das irgendwie irgendwie annehmen. Ja. Eben das Spezielle, wo du kämpfst damit, aber eigentlich ist es genau, bist du stolz auf das. So wie, okay, ich habe vielleicht einen kaputten Finger, oder ich kann nicht richtig laufen, oder ein komisches Auge, oder eben, wirst du gemobbt, wie du im Wildesieck bist. Aber genau das ist nachher das, was dich macht. Genau. Ich glaube, ein schönes Schlusswort können wir nicht finden. Weltklasse. Ähm, das Album ist draussen, Doc, und, ähm, wo wohnst du jetzt eigentlich? Letzte Frage. Hast du jetzt wieder einen festen Wohnsitz? Also, nein, ich war jetzt wirklich im Studio, äh, im Container. Ja. Und, äh, jetzt neuesten ist, in Zürich haben wir so ein Künstlerhaus, wo wir bauen. Ja, voll geil, stimmt. Also, um zu bauen zu sein. Ja. Wir bauen nicht ein Haus. Ja, ja, ja. So wie ein Künstler. Einfach Pfingstweit 2.0. Very nice. Also, dort können wir dann mal drüber reden, wenn... Wenn es dann steht. Wenn noch ein Comedy-Einfluss soll. Genau. Ah ja, das ist gut, ja. Hey, vielen, vielen Dank. Äh, bist du gewesen? Danke dir. Du hast meine Erwartung von dir, äh, mehr als bestätigt. Nämlich, äh, jetzt kann ich sagen, dass du auf der geile Sicht bist. Danke vielmals. Danke gleich. Viel Erfolg mit dem Album. Und, äh, komm wieder mal. Wir müssen weiterreden. Irgendwann. Dann. Alles Liebe. Peace. Bye. so Bis zum nächsten Mal.